Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romance Dask Podcast. Heute zu einer Special-Folge. Kein Chapter-Talk, kein Bender-Talk, kein Gamescom-Talk, kein Video, sorry dafür, das kommt aber bald wieder. Dafür, wie angekündigt, der L-Buff-Vorausblick. Mir ist ein bisschen Egghead-Recap reingesprinkled, würde ich sagen. Aber ja, heute geht's um den nächsten Arc, geht's um unsere Prediction für den nächsten Arc, weil, let's be real, es ist nicht wie damals nach Warnow, wo man nicht wusste, wo geht's jetzt hin. So spätestens ab Anfang, Mitte Egghead war klar, wo die nächste Insel wahrscheinlich, wo es hingehen wird. Und ja, L-Buff ist das Ziel, nach 25 Jahren geht's endlich dahin. Und nach meinem 45-sekündigen Intro hier begrüße ich natürlich auch die sweeten Boys Victor und Henry. Was geht? Ja, hallo. Ich glaube, spätestens nach dem letzten Chapter wissen wir auch wirklich, dass es dahin geht, wo wir ja dann nochmal die Party auf dem Schiff bekommen haben, von wegen let's go to L-Buff. Ja, hallo Victor. Hallo an euch beide, hallo Henry, hallo Benni und hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Ja, ihr sagt schon, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um diesen Podcast aufzunehmen. Denn, ja, wir sind auf dem Weg, wir haben auch noch nichts davon gesehen, also können wir nicht zu viele Spekulationen machen. Gleichzeitig sind wir halt mit dem Arc, der halt lief, Egghead, komplett durch und können da, ja, sage ich jetzt, zu diesem Zeitpunkt konkrete Aussagen machen, wie wir den fanden und was der uns so vielleicht für die Zukunft mitgibt. Und freue mich sehr, das mit euch beiden machen zu können, weil, wie du schon so gesagt hast, Benni, Packing, 25 Jahre, seit zum ersten Mal diese Insel erwähnt wurde. Und immer wieder sieht man mal einen von diesen Riesen, von diesen viel zu großen Dudes und Dudettes, die da überall auf der Welt rumlaufen. Und, ja, bevor ich hier jetzt irgendwie direkt schon einsteige und zu viel theoretisiere, gebe ich doch lieber das Mikro an einen von euch ab, so wie wir es jetzt traditionell eingeübt haben. Ja, absolut. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Das hat gut funktioniert auf der Gamescom tatsächlich. Ich fand es, ich habe das Henry ja schon geschrieben, ich fand es einfach witzig, dass Monte und Max Schradin da einfach zwei Tage später gefühlt auch einfach daneben irgendwelche Livestreams gemacht haben. Genau neben der Bühne, auf der wir da recorded haben, aufgetaucht. Ja, am Sonntag war der da, aber er durfte nur halt in diesem Co-Creator-Bereich. Wie so ein Cage, Alter. Das war halt sein Ort, wo er nur seine Zeit verbringen durfte. Aber, ja, irgendwie schon sehr strange irgendwie das Ganze, was man da so mitkriegt einfach, wer da auch alles dann halt da ist. Von dem, es war ja nach unserem Podcast-Recording, wo ja hier Illigella da gefühlt an meinem Nachbartisch saß mit seinen sechs Security-Dudes und da, wo dann keiner zu dem durchgelassen wurde, dachte ich auch so, krass, ich habe noch nie einen Influencer mit Security gesehen. Aber, ja, macht irgendwie Sinn. Weil denen dann halt wirklich Leute in diesem Content-Creator-Bereich dann auch noch anlabern. So, wenn man dann eigentlich so denkt, ja, ey, Leute, wir machen alle dasselbe hier. Manche ein bisschen erfolgreicher als die anderen, so, aber come on, so. Es ist halt so, als ob das Arbeitskollegen dann halt irgendwo sind oder Kollegen aus anderen Unternehmen, whatever, aber halt so dieses so Fanboyen in so einer Zeit, weiß ich nicht, fühle ich halt irgendwie nicht so. Klar, Kiddies, die da vorwarten, dass da irgendwer rauskommt und so. Das sind ja alles erwachsene Menschen, so, weißt du. Da ja alles ein bisschen strange. Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an, so, ne. Ich glaube, gerade da in diesem Bereich, da willst du halt echt nicht anquatschen. Genau, genau. Weil da ziehst du dich halt ja aktiv zurück. Da willst du deine Ruhe haben, da willst du vielleicht ein bisschen arbeiten oder halt auch einfach mal abspannen. Ja. Aber, mein Gott, wenn du da jetzt in der großen Halle unterwegs bist, so, und du bist selbst jetzt so ein Content-Creator und siehst einen anderen Content-Creator und findest den halt cool, kannst du den ja auch ansprechen. Ey, nee, darüber, das sag ich ja gar nicht so genau. Aber halt in dem Bereich, gerade wenn sie sich halt entspannen und so, dann finde ich ja klar, dann kann man ruhig mal ein bisschen Distanz und, sag ich mal, Kontenanz machen. Ja, in meinem Kopf auch einfach, du siehst, da stehen fucking Details, teilweise drei, dann später sechs Security-Dudes, die da extra den Zugang zu ihm halt zumachen. Also, sorry, egal wie viele Balls du dann hast, das ist halt einfach unangebracht. Dann dann so, oh ja, kann man da hin? So, ja, anscheinend nicht, weil sonst wird da doch niemand stehen. Aber natürlich, in deinem Beispiel, Viktor, ist ja klar, wenn du jetzt unten jemanden siehst, da in den Hallen und so, natürlich labert die Person doch an, why not? So, dann ist ja auch eine Person an so einem öffentlichen Ort, wo sowas, finde ich, halt völlig normaler ist, als jetzt halt in diesem Bereich, der eh schon abgesperrt ist. Und dann sperrt sich jemand in dem Bereich auch nochmal ab. So, weißt du? Daher, das stimmt. Ja, aber war eine coole Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht. War auch cooles Feedback von euch, also vielen Dank dafür. Ja, wir haben ein paar Leute anscheinend verwirrt. Ich bin immer noch, ich will nicht sagen, ich bin wütend auf unsere Community, aber so ein bisschen denke ich mir so, Leute, jetzt so langsam, Viktor und Henry, jetzt ist glaube ich geklärt, wer wer ist. Das ist natürlich ein schöner Joke, aber anscheinend haben wir sehr viele Kopfkinos zerstört, dadurch, dass eure Stimmen der jeweils anderen Personen gehören. War ich auch echt überrascht, weil wir irgendwann haben es schon mal klargestellt. Ja. Gut, vielleicht haben wir auch wieder ein paar neue natürlich dazubekommen. Aber ja, ich war auch überrascht, dass das so viele irgendwie verwirrt hat. Ja, lustig auf jeden Fall. Aber mein Gott, mir ist das auch schon bei dem einen oder anderen Podcast passiert, wie Benni gesagt hat, manchmal ist man da halt so unaufmerksam und man weiß, okay, es gibt die Stimme, so, die Stimme erzählt immer das, die Stimme erzählt das und die Stimme erzählt das und manchmal merkt man sich gar nicht die Namen zu den Stimmen sozusagen, sondern du hörst den Podcast so und alles klar, jetzt redet wieder der Typ, der mit seiner viel zu laut Stimme hier am Start ist oder jetzt redet halt mal wieder gerade der Bass sozusagen und dann hast du halt so im Kopf deine, wie sagt man so, so Schubladen. Ja, absolut. Das kann ja passieren, wie gesagt, das ist auch ein bisschen scherzhaft, dass man jetzt wütend oder so ist, aber ich finde es halt einfach echt witzig, weil ich so dachte, krass Alter, wir haben fast 400 Folgen von diesem Podcast und dass das so eines der größten Mysterien ist, was hier gerade gelöst wird irgendwie in diesem Podcast, wem gehört eigentlich, welche Stimme? Ich frage mich, ob das jetzt für diejenigen, die das halt bislang mal verwechselt haben, dann irgendwie, ob die sich das jetzt richtig dann vorstellen können, weil jetzt zum Beispiel der Podcast hier ist ja wieder einfach nur zum Hören oder ob die jetzt trotzdem weiterhin, wenn ich gerade hier spreche, Victors Gesicht vor Augen haben. Ja, ich finde es generell witzig, dass für viele es anscheinend ja so war, dass optisch sich Henry und ich immer gebieft hätten im Podcast sozusagen und nicht Victor und ich sozusagen. Und jetzt für alle Leute, hört euch gerne die Folgen nochmal an, wo wir uns gebieft haben. Ich weiß nicht, welche das sind. Hört sie an und jetzt könnt ihr euch das Ganze richtig vorstellen. Aber ich glaube schon, dass das verwirrend sein kann am Anfang, wenn du jetzt lange Zeit dir irgendwen halt vorstellst mit der Stimme und dann musst du halt schon jetzt umdenken in dem Moment. Ja, safe. Ich weiß noch, als ich, ich habe das häufiger bei Synchronsprechern, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, als ich dann irgendwann mal den Synchronsprecher von Marshall Erickson, also den beziehungsweise die richtige Stimme halt von Jason Siegel gehört habe, die ist ja komplett anders wie die deutsche Synchronstimme. Und für mich, obwohl das seine richtige Stimme ist, hört sich die halt falscher an, wie halt die deutsche Stimme. Die passt dann für mich irgendwie besser zum Charakter. Weil ich glaube, das ist dann immer so, welche Stimme hast du zuerst gehört und verbindest die halt mit dem Charakter. Ich glaube, das ist es halt. Was hörst du zuerst? Und das merkt sich dein Brain einfach als vermeintlich richtig, obwohl es natürlich gerade in dieser Branche halt einfach sehr viele Stimmen halt gibt. Ja, es geht ja sogar. Bei deutschen Synchronsprechern ist es ja dann doch wieder so die übliche Handvoll, wenn man jetzt so gerade auf Nachmittags-Cartoons und die klassischen Sitcoms geht. Man trifft die schon alle wieder. Der Sprecher von Marshall ist auch der Sprecher von Sanji. Ja, sowas. Ach, der hier, Humbertus von Lesch, finde ich. Genau. Ach, witzig. Aber Turks Stimme kenne ich. Also wenn man, ne, wenn du jetzt mal so Lillimaus und Nami-Maus durch den Kopf gehen lässt, dann ist das ähnlich. Ja, krass. Ja. Oder der Sprecher von JD, der dann immer die U2-Werbung eingesprochen hat. Jo, ja. Was dann später der Sprecher von Barney Stinson gemacht hat. Die haben sich immer dieses... Der wiederum auch der Sprecher von Obi-Wan Kenobi ist. Ja, genau. Das ist schon interessant. Ja, ja. Ja, es ist crazy, ne? Ich frage mich echt, wie viele, ich sag's wirklich so, ein bisschen mehr als 100 Synchronsprecher haben wir wahrscheinlich in Deutschland. Ja, sind schon mehr. Wahrscheinlich, aber auch nicht, ich würde behaupten, auch nicht 200. So jetzt, wenn du von denen sagst, die Bekannten. Wir nehmen jetzt mal nicht einfach nur irgendwelche, weil viele nehmen ja wahrscheinlich auch dann nicht nur immer Hauptstimmen, vielleicht auch für so ganz kleine Charakter mal früher was auf. Also ich nehme mal die ganzen Influencer raus, die Synchronsprecher sind offiziell, aber halt vielleicht mal nur bei... Das ist ja auch mittlerweile sehr, sehr verbreitet, ne? Dass halt Influencer gerade so Cameo-Rollen oder halt auch Celebrities einfach dann halt übernehmen, ne? In irgendwelchen Werken, die sie halt... Das gab's ja schon immer. Keine Ahnung, weil Findet Nemo hat vor 20 Jahren dann auch schon Tilt Schweiger irgendwie gesprochen oder so, ne? Ja. Wobei gut, der ist ja sogar auch Schauspieler. Ja gut, der ist ja ein Schauspieler, genau. Aber ich find's ja... Keine Ahnung, Bastian Pastewka oder so. Solche halt. Der auch Schauspieler ist. Ja. Stimmt, der ist auch mittlerweile Schauspieler. Ja, das ist ja genial. Das erste Mal hab ich das aktiv wahrgenommen, da hat in dem Lego-Batman-Film Gronkh Joker gesprochen. So das haben wir alle... Ich weiß gar nicht, wann das war. Ja, interesting. Aber das war so ein Thema so, ah, Gronkh spricht den, der ist doch gar kein Synchronsprecher. Der ist doch eigentlich Influencer. Ja, und genau das ist immer mein Ding so. Wann bist du gesellschaftlich das eine oder das andere? So, ich bin ganz ehrlich, ein und gewiss Shit, solange es gut gemacht ist, juckt mich nicht, ob du Synchronsprecher bist. Drehbuchautor, keine Ahnung, Stay-at-home-Mom, so I don't care. Solange das, was gemacht wird, gut ist, sind doch die Titel völlig egal. Natürlich. Und ich finde, das ist halt immer, glaube ich, so dieses, sich dann drüber aufregen, dass jemand, der vielleicht nicht aus dem Bereich kommt, was macht, aber das heißt ja nicht, dass die Person es nicht trotzdem gut machen kann. So, daher denke ich mir halt so, Mann, solange das nice ist und Gronkh, kann ich mir vorstellen, dass er das halt auch gut gemacht hat. Häufig ist es ja dann auch in Kinderfilmen und Kinder legen da ja auch deutlich weniger mehr drauf. Oh, das stimmt, noch viel vorher. Kennt ihr noch Arto und die Minimois? Das war auch so ein Animationsfilm. Sagst mir was, aber. Hat der Name schon mal gehört? Und da hat nämlich, glaube ich, entweder war es Bill oder Tom oder beide, auf jeden Fall haben da Leute von Tokio Hotel gesprochen im Deutsch. Das weiß ich auch noch, das wurde im Fernsehen beworben. Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, okay, hier wird mit der Berühmtheit der Person geworben, so auch, wird so random gesagt, ah, gesprochen von. Ja, manchmal waren da noch immer so halt irgendwelche Prominenten bei Wetten, dass und haben halt dann diesen Film promotet, so von wegen, ja, ich habe halt den und den gesprochen. Ja gut, wir haben ja sowas sogar live aus diesem Creator-Bereich beobachtet. Da war ja der gute, oh, Mann, wie heißt der Name? Von Bugs Bunny, der Typ. Ja, wie heißt der Name? Mann, ich bin so schlecht mit Namen, Alter. Ihr wisst alle, wen ich meine. So, der Name wird mir gleich einfallen. Der hat ja da auch so ein paar Szenen synchronisiert, aber ich glaube, dass das eher geübt wurde, weil da war ja gar kein Mikrofon, da war ja nichts. Da hat man ja nur am Laptop irgendwelche Szenen gesehen und dann hat er die halt gesprochen. So, und da fand ich das auch sehr interessant, gerade das mit diesem Timing zu sehen und dass wann eine Szene startet und dann der Punkt kommt, wo er dann halt sprechen muss und wie es dann halt auch geprobt wird und so. Also schon interessant einfach und generell, immer wieder Respekt für diese Branche, weil ich glaube, in Deutschland ist das echt nochmal, ich sage Synchro auf die 1 S-Tier, ist halt sehr, sehr, ja, das wird einfach gut gemacht. So, auch wenn Leute es bashen wollen und so, aber Alter, hört euch mal Anime Synchros auf Englisch an und dann hört sie dir auf Deutsch an. So, wir haben, ich habe mit meiner Freundin Promised Neverland auf Deutsch angeguckt, die erste Season und die zweite Season gab es dann nur auf Englisch. Da sind Welten dazwischen, wie das synchronisiert wurde. So, also teilweise einfach, wo Stimmen nicht passen irgendwie, wo es einfach, ja, weiß ich nicht, die Emotionen gar nicht delivered wird. Und klar, man kann ein bisschen darüber lachen, dass in Deutschland manchmal die Emotionen zu sehr delivered wird, so absolut. Das ist ja im Japanischen noch schlimmer trotzdem. Und genau, aber da wird es ja genauso delivered. Und da denke ich mir halt so, ey, zumindest passen die Stimmen, da wird gut gecastet. Da hast du das Gefühl so, nee, Mann, das passt irgendwie. Und gerade ich gucke ja beim Schneiden voll häufig, wenn ich nicht irgendwelche Vier-Stunden-Videos gerade habe, schaue ich ja Animes auf Deutsch dann einfach, weil dann kannst du es nebenbei laufen lassen. Und klar, neue Sachen guckt man auch auf Japanisch, aber es ist so gut synchronisiert, dass du es halt einfach gucken kannst. Ja, safe. Ich war seit jeher auch großer Freund von der deutschen Synchro. Ja, safe. Aber gut. Ja, bis Elbaf irgendwann auf Deutsch synchronisiert wird. Der Anime wird wahrscheinlich in so, würde ich mal behaupten, 15 Monaten dann da sein. Und dann nochmal vielleicht ein Jahr bis, also in zweieinhalb Jahren hören wir dann vielleicht mal Elbaf auf Deutsch. Aber apropos Synchro und Anime, was sagt denn der Countdown? Wie viele Folgen noch bis Imo Synchronsprecher erscheint? Jetzt tatsächlich, die nächsten drei Folgen, die nächsten drei, vier Folgen. Jetzt die nächste, die jetzt kommen soll, ist Revolutionäre gegen Admirele. Also jetzt kommen die drei, juicy drei, vier Folgen. Ob man da wohl auch mehr sieht? Admirele gegen Revolutionäre? Das ist eine gute Frage. Also ich kann es mir vorstellen, weil die Folge hat den, es sind schon mehr Folgen, glaube ich, als Chapter. Also es waren ja drei Chapter und es sind schon drei Folgen und also die nächsten drei Folgen wurden genannt und in drei Folgen ist das Ende wahrscheinlich, wo Cobra zu den Gorosei geht. Das heißt, dann kommt noch das Gespräch, dann kommt noch der Kampf und der Reveal. Also ich schätze mal locker, dass es im Anime fünf, sechs Folgen werden. Alles drum und dran. Und daher glaube ich auch, dass die Admirede mehr zeigen werden. Und wir, glaube ich, eine ganze Folge kriegen, wo es nur um den Kampf zwischen den Admirälen und den Revolutionären geht. Und ich hoffe, da wird dann nochmal klargestellt, dass das, was Karasu für eine Teufelsbruch doch eine Logia ist. Weil da ist immer noch die Debatte, ist es jetzt eine Logia, ist es nicht eine Logia? Und dass das vielleicht nochmal klargestellt wird. Vielleicht sogar am Ende der Folge, wo dann Lilith und Edison das dann irgendwie erklären müssen. Sodass die dann sagen, haha, das ist eine neue Teufelsbruch, die wir gesehen haben. Ich hoffe einfach nur, dass wenn der Reveal kommt, dass das nicht so eine ganz weird gepitchte Autotune-Stimme ist, wo du am Ende dann eh keine Aussage über irgendwas machen kannst. Aber das war ja tatsächlich, war das schon mal so? Das wäre ja so ein Klassiker, dass wenn du so ein, auch wenn du, keine Ahnung, Charaktere in der Traumdimension hast oder die eine Stimme aus dem Nichts und dann ist das irgendwie so verfremdet, sogar Autotuned. Weiß nicht, das kann ich überhaupt nicht nachmachen. Aber bei Oden war es tatsächlich, da wurde ja auch sehr viel im Anime noch. Ich weiß, es ist halt eher darauf bezogen, dass eben halt, sag ich mal, so eine übernatürliche Existenz ist, dass du da halt theoretisch mit der Stimme ja alles machen könntest. Du könntest eben halt so eine Monster-Stimme oder Geister-Stimme halt geben, wo du dann weder Männlein noch Weiblein unterscheiden kannst. Das wird, glaube ich, echt dieses Ding. Wie wird die Stimme halt sein? Wird's halt gepitcht sein? Wird's einfach männlich, weiblich? Wird's eine kindliche Stimme halt auch sein? Weil er redet ja, haben ja viele gesagt, so ein japanischer Native Speaker, dass die Art, wie er redet, sehr kindisch irgendwie halt ist, dass da vielleicht auch noch was kommt. Daher, ich bin gespannt. Also ich glaube, dass die nächsten paar Folgen werden juicy. Vielleicht sehen wir auch ein bisschen was von den Farben, von den Hybrid- und Soan-Formen der Gorosei. So, das wäre halt cool so, weil, oder sie werden halt wirklich nur schattiert gezeigt. Aber so ein bisschen Farbe wäre schon cool. Ich glaube, die siehst du erst im neuen Intro. Ja, safe. Im zweiten Intro wirst du die safe schon alle vorher sehen. Ja klar, die werden alle clashen, Benni. Wir können hier jetzt schon mal kurz zusammenfassen. Sanji kickt Mars weg. Sanji kickt Mars, Zorro mit Naso Juru, Frankie gegen Valkyrie, hier der Wurm gegen Chopper und Saturn und Ruffy. Du siehst, wie der hinter ihm so Flammen und er geht irgendwie. Nein, du siehst, du siehst den antiken Roboter, wie er erst so als kleiner, süßer Roboter durch Sonnenschein geht und dann immer größer wird, dann die Redline hochklettert, dann am Ende da halt sitzt so ein kleiner Timelapse seines Lebens, würde ich sagen. Was übrigens tatsächlich unironisch ein schönes Film ist. Ja, aber wäre das nicht eher für Bär, dass man den Timelapse, oder hat man den gerade im aktuellen Anime? Ja, Bär kriegt eine ganze 30 Sekünder-Szenen aus dem Flashback, Szenen von Flabag. Ja, und dann schwingt das so raus und dann wird das so aus dem Auge von Bonny und dann fließt so eine Träne raus aus Bonnys Auge. Die Tatze wird nochmal gezeigt. Ja, genau. Und die ploppt so auf oder so. Und alles mit Saturn im Hintergrund, das sieht dann so ein bisschen aus wie eins von deinen Thumbnails. Ey, das Witzige ist, das allererste von diesen Thumbnails mit dieser Tatze, die ich benutzt habe. Die hat ja mein Thumbnail-Artist auch in orange gemacht und es ist wirklich die Original Color gewesen von dieser Tatze. Da dachte ich auch so, Bro, Alter, was für ein Gespür hast du, was für eine Farbe das sein wird. Weil es hätte ja jede Farbe sein können, ne? Daher, aber es war schon ziemlich cool. Aber Leute, bevor wir über Tatzenfarben hier reden und potenzielle neue Anime-Intros, die dann... Ich meine, wir kommen ja so langsam schon ins Thema. Ja, eigentlich schon, ne? So langsam. So langsam. Nach 25 Minuten. Bis wir dann hinkommen, wo das L-Buff-Intro dann irgendwann sein wird, ne? Weil ich glaube, das wird auch nochmal ziemlich, ziemlich cool. Ich habe tatsächlich, jetzt heute kam mein zweites Colorwalk-Artbook zu One Piece an. Da gibt es auch ein Colorspread. Ich glaube, das war zu Zeiten von Thriller Bark, wo ja Oda die Strohutbande so als Wikinger zeichnet. Und dann hast du halt, ne, Ruffy halt natürlich in seinem, würde ich behaupten, Prototyp-L-Buff-Outfit. Und da bin ich mittlerweile am meisten gespannt, wie die aussehen werden in diesem Arc. Weil wird er sie halt einfach stumpf Wikinger-mäßig zeigen? Weil wie wird Frankie aussehen? Was wird Frankies Frisur irgendwie halt sein, ne? Haben wir nicht schon die Designs? Nö. Hieß es nicht, dass die irgendwie schon... Dass die Figuren im November, genau, aber die haben wir ja nicht gesehen. Ach so, davon gab es keine Previews. Nein, nein, es wurde halt nur gesagt, ey, ab dann sollen die Toys verkauft werden mit L-Buff-Design halt. Eieieiei, okay. Ja, dann. Macht ja Sinn. Wir sind jetzt im September. Im nächsten Chapter, würde ich behaupten, Ende nächstes Chapter kann es sein, ey, wir sehen die Insel. Also, dass man noch nicht ankommt. Und dann ist ja meistens, es dauert ja immer drei, vier, fünf Chapter, bis die ankommen, neue Designs auch kriegen und so, dass man, das wird ja passen, dass das dann November wäre, ne? So September drei Chapter, Oktober drei Chapter, bist du bei sechs und dann in sieben, acht Chaptern, dass du dann die neuen Designs auch revealst, ne? Also der ein oder andere wird auf jeden Fall irgendwie was mit Fell bekommen. Ja, safe. Mit einem Fellumhang oder so. Eine Axt kann ich mir vorstellen bei irgendwem halt. Ja, Frankie könnte ich mir sogar vorstellen, dass er so eine Axt als Frisur bekommt. Ja, oder Franky kriegt wahrscheinlich wieder irgendwas mit Zöpfen, glaube ich eher. Und Nusshoff kriegt die Axt so ein bisschen statt dem Tonnenhammer, kriegt er eine dicke Axt auf dem Rücken, die aufblasbar ist oder so. Ja, genau. Oder Nami kriegt eine dicke, fette Axt. Ja, ich glaube auch, Zöpfe bei Frankie, das würde ich auch fühlen. Und ich kann auch mir vorstellen, dass die Mädels auch Braids kriegen in irgendeiner Art und Weise. Ganz kurz, Frankie kriegt einen geflochtenen Bart auf jeden Fall. Ja, das könnte. Der kriegt so einen dicken, so einen Tau, was ihm dann so von runterhängt. Weil er macht sich ja auch Bärte. Ja. Ja. Ja, macht er. Er hat doch nur auf Dressrosa diesen Fake-Bart. Ja, aber das hat ihm bestimmt, hat er sich gedacht, die Technology brauche ich. Ja. Wenn Oda will, Leute, worüber reden wir hier? Wenn Oda will, dass der so ein Bart kriegt, dann kriegt er so ein Bart. Aber da, das ist halt so, den, den ich gar nicht einordnen kann, ist Jinbei. Da weiß ich nicht. Also klar, der hat ja so sein Hawaii-Hemd irgendwie gehabt auf Eckhead. Aber es sieht eigentlich aus so wie Jinbei, der gerade frei auf der Fischmenscheninsel hat und chillt. Wir haben ja bisher noch nichts. Jinbei trägt ja immer diese Kimono. Genau. So, und sonst haben wir den halt nie. Ja, der kriegt halt einfach einen Umhang mit Fellkragen und das reicht da auch schon. Wahrscheinlich, ja. So ein bisschen den Ned Stark-Look. Ja, maybe. Easy peasy, so glaube ich. Nur halt ohne Asketten. Ja, stimmt, vielleicht Umhänge. Vielleicht werden Umhänge ein Theme in dem Design. Die Zorro auf jeden Fall, Zorro kriegt glaube ich den sexy Beast Boy Look. Ja. So ein bisschen wie, wie hieß denn nochmal der Charakter aus Demon Slayer mit dem Wildschweinkopf. Ja. Also der Wildschweinmaske. So ein bisschen würde er auch umlaufen. Oberkörper frei, aber irgendwie mit Wollhose. Irgendwas mit Suke. Ja, ist das Inoske? Inoske, ja. Ja, Inoske ist das. Genau. So ein bisschen in den Style würde er glaube ich auch reingehen mit so einem Fellkragen, Fellhose oder Unterhose, Fell-Hotpants. Ja, ich sage es so, Zorro kriegt auf jeden Fall Oberkörper frei. Ja, ich glaube das kann man schon mal save. Sanji, boah weiß ich halt nicht, der ist halt schon immer Anzüge und so und Sanji ist eher Hemd oder Anzüge. Jetzt war es halt auch wieder Hawaii-Hemd. Ganz ehrlich, Sanji wird erwischt. Bei Sanji sehe ich den Ländenschutz, beziehungsweise den Uga-Bugga-Schutz, der halt einmal so über eine Schulter geht, so mit Leopardenmuster. Aber immer noch mit dem Hemd da drunter. Irgendwie hat das für mich mehr so prehistoric Neandertaler-Vibes. Aber das wird aber, das ist gerade alles im Think Tank, in der Wolke. Dann wird Nami aber auch den Raquel Welch Gedächtnis-Bikini-Fell-Bikini bekommen. Ja, also da können wir uns auch drauf vorbereiten, auf ein sehr, sehr skimpy Nami-Outfit, glaube ich. Er wird vielleicht wirklich sich sagen, okay, es ist lange her, seit ich Nami einen ganzen ARC lang nur im Bikini gezeichnet habe. It's time again. Ich sag's mal so, ich glaube, Rafi, Zorro und Nami oder Robin sind so die, die am meisten Figuren verkaufen, aus welchen Gründen auch immer man die haben möchte. Aber ich glaube, Nami und Robin, die werden auf jeden Fall leicht bekleidete Outfits bekommen für diesen ARC. Robin kann ich auch wieder nicht einschätzen, weil die ist halt in dieser ähnlichen Kategorie wie Jinbei. Klar, die zieht sich die Sachen immer auch an so, aber häufig, jetzt jetzt mal ohne Witz, wir hatten so wenig neue Outfits für auch eine Robin. Wenig themed Outfits, das glaube ich. Genau, genau. Wenig themed Outfits. Wie sah sie nochmal? Ja, okay, auf Wano hat sie halt auch ein Kimo, also so ein Kunnoichi-Outfit gehabt. Ja, sie hatte halt auf Dressrosa, hat mich das so ein bisschen an ihr Outfit aus Water Seven erinnert. Dressrosa war doch die blaue Lederjacke und der rote Rock. Nee, nee, das war der Post-Timeskip-Outfit, aber sie hatte auf Dressrosa. Dressrosa hatte sie einfach so ein schwarzes Kleid. Ja, genau, so ein Kleid. Und so einen weißen Hut. Nur halt nicht aus Leder, sondern halt aus was auch immer das war. Also ein Einteiler hat sie da. Ja, genau. Ach, krass. Ja. Ja, nee. Ja, ich erinnere mich. Und die hatte einen Hut, hatte sie auch. Das war auch der letzte, war das der letzte Arc, wo die normale Klamotten anhatten? Weil danach hatten die ja immer nur themed Klamotten. Ja, die hatten auf Soho tatsächlich, Zorro hat sein Pre-Timeskip-Outfit auf Soho getragen. Das war halt ziemlich interessant, weil er da seine Bauchbinde wieder hatte und halt ein weißes Shirt einfach nur, mit seiner Standard-Hose. So, ich gehe immer noch davon aus, Zorro hat nur diese eine Hose, die er trägt. Diese grüne. Und die trägt er dann halt auch über sein Post-Timeskip-Outfit einfach. Aber ja, ich glaube, die Designs werden cool, weil ich glaube, da wird sich, oder, das ist auch wieder das Ding, ne, Wikinger. Das sind ja, da hat er ja schon sehr early on noch Ruffy mal als Wikinger gezeichnet. Ich glaube, im zweiten oder dritten Manga-Band sieht man ja Ruffy so leicht als Wikinger und so. Ich glaube, da sind schon viele Ideen, die sehr alt sind. Irgendwer muss auf jeden Fall diese Schulter-Pads bekommen. Das kriegt dann Lysop. Und halt diesen typischen, dieses runde Schild halt einfach. Ein Schild, ja, man. Was sie dann auf dem Rücken tragen. Was sie dann auf dem Rücken tragen. Chopper kriegt ein viel zu großes Schild, auf dem er dann ständig rumrollt und sagt, oh nein, ich rolle weg. Irgendwie sowas. Weil die beiden brauchen auf jeden Fall auch ein Gimmick. Ich glaube, Lysop wird am meisten so tun, als wäre er so ein großer Wikinger-Anführer. Vielleicht kriegt er dann auch den Hörnerhelm. So, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Einer wird auf jeden Fall die Horn-Tröte bekommen und dann tröten, wenn man was... Das call ich, das wird ein Gimmick im L-Buff-Arc. So von wegen, hier, nimm diese Tröte und wenn du sie trötest, dann komme ich und helfe. Das ist das Horn, was den Drachen damals geholt hat aus dem Monster-One-Shot. Bei so Tröternern kann ich immer nur an Hederinge denken. In Szenen, wo die da mit dem Tröthorn tröten. Und dann der Typ da herausgerannt kommt und bei... Was war das? Welcher Kampf war das nochmal? Ah, im zweiten Film da am Ende, Mann. Wo der Typ mit der Explosionsdingern da ankommt und die Mauer in die Luft springt. So, da tröten die dem aus. Ach Mann, ihr seid Banausen. Ich bin leider nicht so. Ich bin tatsächlich... Ich habe Hederinge gesehen so, aber ich bin so gar nicht drin. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, welche Schlachten das immer sind. Und der, den ich am besten kenne, ist der Erste, weil man den voll oft irgendwie Pfeisat 1 oder so mal gesehen hat. Aber... Zweite und Dritte sind schon ziemlich cool. Ja, die sind doch... Also alle sind sehr, sehr gut gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, so High Fantasy war nie meins. Nee, meins auch nicht. Es ist immer genau wie Science Fiction nicht so meins. Benni, hast du schon die neue VW-Liga reingespielt? Weißt du ja, mein Lieber. Ja, naja, ich habe jetzt tatsächlich mir die Expansion geholt. Da habe ich gestern ein bisschen gespielt, aber auch nicht viel. Ich merke richtig so, irgendwie fühle ich es gerade bei dem Wetter irgendwie nicht zu zocken. Aber ich bin lieber auf dem Balkon und lese irgendwas, anstatt, dass ich dann drin am PC bin irgendwie. Und ich hoffe jetzt einmal so September, Oktober, dass man da wieder so ein bisschen... Ich hoffe, das Wetter immer wieder scheiße, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man auf dem PC sitzt. Ja, genau, genau. Ja, auch Arbeiten, man. Das ist so schlimm, Alter. Wenn man so gutes Wetter hat und sich so denkt, boah, was mache ich hier drin gerade? So, das ist halt leider... Das ist ja das Nervige. Aber, ja, Elbaf... Wir wissen ganz genau, was wir gerade hier drin machen. Ja, auf jeden Fall. Wir labern uns auch die Münder schwafelig hier. Aber Leute, vielleicht einmal, bevor wir jetzt groß kreuz und quer unser Pulver verschießen Richtung Elbaf. Und was denn vielleicht noch alles da passieren könnte. Lass uns doch einmal kurz einen kleinen Blick drauf werfen. Vielleicht, mit was hat uns Elbaf jetzt hinterlassen? Aber wollen wir das nicht eher danach machen tatsächlich? Weil es geht ja, weil es in der Folge geht es ja um den Elbaf voraus. Ich glaube, das ist das Wichtigere. Und das eher weniger Wichtigere ist ja der Recap. Wir sind ja schon wirklich gerade 25 Minuten am Labern irgendwie, dass wir so ein bisschen zum Juicy-Part auch kommen. Und dann gerne natürlich auch nochmal retrospektiv uns anschauen können, was so unsere Favorites tatsächlich auch einfach waren im Eckertag. Weil ich glaube, die Leute schalten ein, auch wenn sie uns natürlich unseren engelsgleichen Stimmen zuhören und manche Stimmen verwechseln, hören sie doch wahrscheinlich wegen dem Thema zu, was wir dabei haben. Daher. Dann haut mal raus, eure Eckertag. Also die Insel besteht aus zwei Dingern. Also einmal eine Himmelsinsel und einmal einem Dorf auf dem Boden oder mehreren Dörfern. Und genau, weil was ich nämlich aus besagtem YouTube-Video, was ich mir als einzige so gesehen Inspirationsquelle vor diesem Talk hier angeschaut habe, es wurde darauf hingewiesen, dass Elbaf eine Insel auf War Island ist. Oder eine Stadt irgendwie so. Oder ein Land. Ich habe es jetzt... Es ist auf jeden Fall... Das gesamte Ding heißt War Island. Es wird halt immer Land des Krieges genannt, auf jeden Fall. Also ist halt eine Frage, weil für mich ist die Insel immer noch Elbaf. So und der Titel, genauso ein bisschen wie Wano, das Land der aufgehenden Sonne oder so war es dann. Oder das Land der Samurai ist das für mich halt auch immer dieses, okay, Riesen mögen Krieg, die kämpfen nur. So und irgendeinen thematischen Bezug hat es dazu. Ich glaube halt auch, man bricht sich da jetzt keine Zacke, wenn man das jetzt einfach... Also ich glaube, das macht auch keinen Unterschied. Nee. Also was wir ja schon mal hatten, das war ja früher, Sirup Village liegt auf Gecko Island. Also da wurde ja auch gesagt, hier der... Wie hieß er? Captain Black ist ja dann einmal, oh, ich gehe ins Nachbardorf und hole da was, was wir halt nie namentlich dann erwähnt bekommen haben. Aber anscheinend gibt es mehrere Dörfer. Und ich glaube, auch auf Elbaf wird es mehrere Dörfer halt irgendwo geben. Das, was wir von Big Mom gesehen haben, war halt eins davon. Weil, let's be real, als ob das der einzige Selling Point ist. Okay, hier sind ein paar Riesendörfer, die wir schon kennen und schon gesehen haben. Irgendwas Neues wird es ja geben. Weil das, was wir gesehen haben, ja schon, sag ich mal, immer recht ländlich war. Das eine war ja so ein Dorf mit literally so fünf, sechs Hütten. Und das andere war eine Bar quasi wirklich mitten im Busch. So sah es ja aus, muss man sagen. Also so nirgendwo von nirgendwo war halt die Bar, wo Shanks gechillt hat und dann rausgekommen ist, um ein Kit fertig zu machen. Also finde ich halt interessant, ob es da halt dann noch irgendwo größere Siedlungen gibt. Weil dieses Dorf mit ein paar Hütten ist jetzt auch nicht beeindruckend, sag ich mal, gewesen. Wir kennen es ja jetzt von sowas wie der Fischmenscheninsel, die ja auch in mehrere Distrikte geteilt war und auch so Kernregionen mit sehr vielen Bewohnern hatte und sowas. Und da frage ich mich halt, ob Bennys lustige Bemerkung da halt dann vielleicht doch greift. Vielleicht sind eben diese größeren Siedlungen, die eigentlichen Wohnbereiche tatsächlich oben in einem möglichen Sky-Island-Bereich, während halt unten eher so, ja, die Natur und die, keine Ahnung, die Taugenichtse und die etwas ärmeren leben. Ja, das einfache Volk, ne? Ja, quasi, so das einfache Volk, aber halt auch nicht viele, eher so fast die Ausgestoßenen, wenn du so willst, so, ne? Alle sind oben. Ja, wobei, wir haben ja Jarul und Jorul, das sind ja diese zwei OG-Riesenpirantenbanden-Kapitäne, die dann von Boogie und Woogie ja sozusagen, die das geerbt haben von denen irgendwie, die waren ja auch unten und haben da halt gechillt. Und das waren ja so mit unter die Ältesten. Dieser Denkmal-Inzident war dann auch unten. Genau, das war auch unten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch das, was Oda, der hat uns zwei antike Riesen, oder nicht antike, aber sehr, sehr alte Riesen da halt gezeigt. Einer ist gestorben, ich glaube, der andere wird noch leben. So, ich glaube, wir werden, ich glaube, Jarul war der, der überlebt hat. So, und den werden wir auch sehen. Und ich glaube, mit dem wird sich Ruffy auch austauschen, so, weil, oder generell irgendwer, vielleicht sogar Lissop. So, und das ist ja neben so Nisha und neben wahrscheinlich ihm und den Gorosei das älteste lebende Lebewesen, so in One Piece. Der wird auch safe nur noch, also der wird keine Pupillen mehr haben. Der wird so ausgeschwärzte Augen haben. Maybe, ja. Vielleicht ist er ja auch krank, ne, weil der ist dann ja auch wahrscheinlich über 400 oder fast 400 Jahre alt. Und hier schon mal der Call, der wird sterben während des Elbath-Args. Kann gut sein, ja. Kann man sich auch über Wahrscheinlichkeit so ein bisschen der Namik älteste Weg sein? Nee. Nee. Klasse. Das ist doch cool. Luffy. Ja, ja. Oder so Boogie. Komm her. Hast du mein Schild dabei? Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen so wie Alabaster ist. Du hast halt da das Arbana und dann das Juba oder wie das hieß. So solche Dörfer, Städtchen wird es dann da wahrscheinlich schon geben. Und ja, ich glaube, das Spannendste wird halt wirklich sein, wie dann dieser Unterschied zu denen, die halt oben wohnen, über den Wolken und die, die halt so gesehen unten auf dem Areal wohnen, was wir bislang halt so gesehen haben. Ja. Warum wohnt wer wo? Genau. Ich glaube, das wird extrem wichtig. Auch gerade diese Thematik von Krieg und Kämpfen. Weil wir haben ja gesagt, wir haben ja schon von Saurow die Perspektive gehört, nicht alle Riesen stammen von Elbath ab. Und nicht alle haben dieses primitive Mindset, dass die halt kämpfen wollen. Also ich glaube schon, dass wir so ein bisschen den Clash auch da wieder von Ideologien haben werden, wie wir das in vielen One-Piece-Arcs halt haben. So vielleicht Riesen, die keinen Bock haben zu kämpfen, dann aber in solche Rollen gepusht werden und dann halt Riesen, die da voll für sind und Bock haben, so in den Krieg zu ziehen. Aber was bedeutet das denn? Es gibt halt Riesen, die kommen nicht von Elba, von so einem nicht so kriegslustig. Das überlasse ich Saurow, dass er uns das erklärt. Was haben die denn dann da gerade auf Elba verloren, um da einen Konflikt auszulösen? Die leben dann doch dann woanders und haben ihre Ruhe. Ja, das ist halt der Punkt. Ich glaube, bei Saurow auch wieder da, ich glaube, die sind, wir haben, was wir von den Riesen ja mitbekommen haben, dass die auch wieder sehr loyal sind. Also, dass die vielleicht auch niemanden verstoßen, der nicht einer, also das, ey, du bist zwar nicht von uns, wir akzeptieren dich aber trotzdem, weil Saurow haben sie ja auch akzeptiert und er lebt da ja auch. Ja, klar, aber es war ja darauf bezogen, es gibt ja jetzt keinen Grund zur Vermutung, dass diese friedliebenden Riesen keine Heimat mehr haben. Nein, 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 das ist halt so der Punkt, einfach wahrscheinlich, weil die woanders geboren wurden, so ähnlich wie es ja Fischmenschen gibt, die nicht auf der Fischmenschense geboren wurden. Ach so, du meinst eher, die sind woanders geboren, aber kommen alle nach Elba, aber es gibt kein zweites Land der Riesen. Nein, nein, ich glaube nicht, dass es eine zweite Hauptstadt sozusagen gibt oder Hauptinsel der Riesen, sondern eher, dass sie von woanders kommen und ähnlich halt vielleicht andere Werte entwickelt haben. Weil wenn du in Elba aufwächst, ich glaube, Krieg und Kämpfen nimmst du halt mit der Muttermilch irgendwie auf, weil da halt alle irgendwie am Clash sind. Wir haben es ja bei Heirudin schon gesehen, der da mit in seinen jungen Jahren da schon die ganze Zeit kämpfen musste, um halt stärker zu werden, damit er irgendwie halt, ja, relevant wird. Was, glaube ich, tatsächlich da sein wird, ich glaube, Heirudin könnten wir wieder treffen und seine Piratenbande, dass die da relevant sind, weil gerade diese ganzen Goldberg, Road, wie hieß die denn, die Girth und der eine Stanson, der auch von der Strohbande befreit wurde, eben auf Sabah Odi, wo wir im Wendertalk bald hinkommen. Der hat ja gesagt, irgendwann will ich mich bei euch revanchieren, dass ihr mir die Freiheit geschenkt habt und der ist ja jetzt in Heirudins Bande. So, also da könnte es halt zu so einer Reunion kommen. Und diese, jeder von denen wurde auch teilweise, ich glaube, bis auf Stanson, wurde jeder von denen auch im Big Moms Flashback genannt. Goldberg ist im selben Jahr geboren wie Loki. Girth war die Riesenfreundin von Big Mom, die wir da gesehen haben. Woher wissen wir denn, wenn Loki geboren wurde? Weil es in dem Flashback gesagt wird, dass er da ein Baby gerade ist. Also der wurde da vor kurzem geboren, wurde da halt erwähnt. Und in meinem Kopf ist es halt so, ey, ich glaube, wir werden noch viel mehr über Big Mom noch erfahren. Also woher dieser Groll oder beziehungsweise was da vielleicht noch passiert ist. So vielleicht erfahren, weil ein Rieser hat ja gesehen, was Big Mom damals gemacht hat und es war so grausam, dass er halt anderen davon erzählt hat. Wir gehen alle davon aus, dass sie ihre Leute gefressen hat. Aber es wurde ja nie bestätigt. Aber sehr wahrscheinlich ist es das. Und vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen, dass auch die Strohhüte verstehen, wie Big Mom zu der wurde, der sie ist. Vielleicht wird die Big Mom Piratmann ohne Big Mom nochmal eine Relevanz haben, weil die haben da auch eine Connection zu. Es gibt viele Charakter, die da durchaus irgendwie eine Rolle spielen könnten. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Also man offensichtlich auch irgendwie Shanks vermutlich. Ja, das auch. Dann der einzige von den Rookies, der uns immer noch fehlt, hier der Urusch. Der Birkermann. Der Birkermann. Ich glaube, auch der wird eine Rolle spielen. Den wird man dann wahrscheinlich vielleicht in den, wenn sie nach oben gehen. Ja, der sitzt da immer noch und wartet, dass Kaido wiederkommt. Achso, also weil du davon ausgehst, dass das war, wo der gewesen ist, dass das quasi auf dem Rook war. Nee, ich glaube, das war nicht Elba. Das war eine Sky Island. Nee, nee, das war, glaube ich, irgendeine Sky Island. Aber das ist halt der einzige von denen, die halt noch keinen irgendwie, keine Rolle gespielt haben. So, eher per Ausschlussverfahren. Genau. Und an wen habe ich noch gedacht? Nee, hier, Benni hat es eigentlich mit Hyrodin auch schon erwähnt. Vielleicht, dass mal wieder irgendwer von der Flotte auch in Erscheinung tritt. Und vielleicht auch noch wer anders als Hyrodin. Also Hot Take, es kommt garantiert keine einzige Figur von der Flotte vor, weil es ist einfach bisher nicht passiert. So, und die werden, wenn, wenn die alle gemeinsam auftauchen und nicht einzeln tropfen. Das kann auch sein. Deswegen kommt auch Hyrodin nicht vor hier. Das ist so meine Vermutung. Das kann gut sein, aber dann, wenn sie nicht auftauchen, dann kriegen wir Erwähnungen von denen. So, hey, er hat jetzt seine eigene Bande. Er war bei Buggy, dann regt sich Ruffy auf, dass er bei Buggy war, aber jetzt hat er seine eigene Bande und dann kriegst du so einen Happy-Moment von Ruffy. Ja, das ist halt konsequent, nachdem wir halt schon bei Reverie-Zwischendingen ja auch schon ein Update zu Leo und Co. gekriegt haben. Wäre es halt konsequent, entweder nochmal was von denen zu hören oder dann eben von den anderen. So, weil es gibt ja immer noch Blue Gilly und Co. Ja. Theoretisch auch Bartolomeo, der ja den schenkensten Krieg erklärt hat. Genau, da haben wir alles so Loose Ends irgendwie ein bisschen gehabt. Ich finde, die einzige Cover-Story war bis auf die von Hyrodin. Da gab es ja keinen Plot. Da haben wir einfach nur gesehen, hier, das ist seine Bande. Ende. So, und er hat, nee, genau. Ey, wir sind von Buggy weg. Das war ja der Anfang. Dann hast du mal das Schiff noch gesehen. Und dann wurde einfach die Bande vorgestellt. Ja, wobei, was machen denn die, hier diese Kampf-Dojo-Piraten jetzt? Die haben doch so einen Konflikt zwischen Langarm- und Langbein-Menschen gelöst. Stimmt, das war auch schon vor Ewigkeit. Ja, ja, das war in der Cover-Story. Aber das war halt so dieses, was halt gezeigt wurde. Und gleichzeitig war das ja auch so. Man hat halt gehört, ja, ja, die stehen im Konflikt, aber das nochmal zu sehen. Und oh, guck mal, die Strohhutbande, auch da wieder ein Zeichen gegen Rassismus. Man soll sich akzeptieren, wie man ist. Das finde ich ja schon irgendwie ganz cool, dass da die beiden eine Blue Gilly, und Ideo waren das, glaube ich, genau. So, mit den beiden, diesen Abdullah und wie hieß der andere noch? Jeet oder so. Jeet, genau, das sind ja diese Vierer-Piraten-Bande. Die haben sich ja formiert. Das waren ja, glaube ich, nicht mal Piraten. Es war erst ein Dojo und dann wurden es Piraten. In der Cover-Story wurde es dann eine Piraten-Bande. Das ist ja auch die Dojo-Piraten-Bande oder so, glaube ich. Nee, ich glaube, mittlerweile ist die Ideo. Und vorher war es die Allianz zwischen bla 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 Dojo und denen. Und dann war es so, war es wahrscheinlich auch, oh, da zu blöd. Das haben wir auch gesagt, ja gut, dann seid ihr ja Piraten. Wer war denn nochmal bei Cavendish mit drin? Der, wie hieß der? War das der Typ mit der Narbe auf der Nase? Ja. Suleyman oder wie das? Suleyman, genau. Der ist dem gejoint. Ja. Ja. Der mit seinen Beautiful Pirates. Und die anderen haben alle ihre eigenen Crews. Ja. Also hier der Olympus hat seine eigene Crews. Der hatte seine Jonta-Maria-Flotte. Stimmt, die ist sogar groß. Ja, die hat er auch gestohlen einfach. Der ist ja dann einfach mit denen abgehauen. Und dann hast du, das fand ich aber eine sehr süße Cover-Story. Sehr boring, aber irgendwie süß, wo du so einen Day in the Life hast. Okay, wie sieht mein erstes Piraten-Aventeuer auf? Dann steht er so früh auf. Erstmal wird das Schiff geputzt. Und dann haben die doch irgendwelchen, wollten die doch Leute ausrauben. Und dann haben die gemerkt, oh, die haben wenig. Dann haben sie den Nahrungsmittel gegeben. Und dann war es so, oh, okay, wir haben eine gute Tat gemacht. Eigentlich sollten Piraten doch Böses tun. Ja, aber es ist halt die Stromflotte, die von Ticken halt anders. Ja, stimmt. Das ist ja doch so witzig einfach. Und dann, ja, Lio hat ja auch eine Piratenbande gegründet. Die waren ja auch vorher die Tontatas einfach nur so. Dann haben die die Tontata-Piraten. Aber eigentlich sind die auch nur ein besserer Geleitschutz für Rebecca, oder? Ja, genau. Aber sie hatten ein kleines Schiff, das war doch hier mit dem Jolly Roger von Lissop's Face, als er Pudding, äh, nicht Pudding, als er Sugar in Ohnmacht getrieben hat. Ja, an sich, ich glaube, die Flotte wird vielleicht nicht auftauchen, aber halt thematisch mal erwähnt werden würde, dass wir da Updates haben, weil gerade die wird ja geset-upt für den finalen Krieg wahrscheinlich auch. Wir sind dann relativ früh jetzt, ne? Ja, ich könnte mir noch vorstellen übrigens, wo wir bei Charactern sind, die vielleicht auftauchen, äh, das Kit auftaucht auf jeden Fall. Ja, Kit. Und der wird da ja irgendwie wahrscheinlich seine Niederlage, äh, aufarbeiten. In Espiria kann ja nicht weit gekommen sein. Genau, ja. Kit wird... Ich glaube, wir erleben einen geläuterten Kit. Ja, ich glaube, das wird so wie der, äh, bei Pokémon, der Champion, ähm, so diese... Du hast den... Das gab's eigentlich nie im Spiel. Ja doch, bei, äh, Silber, in Gold, Silber, Kristall. So dieses, du hast ihn dann besiegt und du hast ihn halt bekehrt und dann taucht er aber nochmal auf und will gegen dich kämpfen und dir aber zeigen, wie er sich weiterentwickelt hat. Und bei Kit stelle ich mir vor, der ist dann auch in irgendeiner Taverne oder whatever treffen die den halt wieder. Genau. Und dann ist er halt voll so gefallen und kriegt aber wahrscheinlich, ähnlich wie es bei Lore der Fall sein wird, irgendwo ein neues Ziel, was er verfolgen wird. Genau, das glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, der wurde ja immer so ein bisschen als Konkurrent, so als der Gary für Ash und, ähm, für Ruffy aufgebaut. Aber auf dem Level ist er halt einfach nicht mehr, spätestens jetzt nach der Niederlage gegen Shanks. Ja, plus er hat ja richtig immer... Kit ist immer noch genau gefühlt gleich wie am Anfang der Story. So, und Storys sind halt Change. Und klar, er hat halt gelernt, Piraten zu vertrauen, aber er hat auch vorher ja schon Piraten vertraut. Er hat ja nie ein Misstrauen gegenüber Piraten gehabt. Er hat halt Apu und Hawkins vertraut und dann hat er später nochmal Ruffy und Lore vertraut. Er ist ja nicht wie Kaido gewesen, der durch einen Verrat dann gesagt hat, oh, Piraten können nicht miteinander arbeiten. Und daher glaube ich schon, dass dieses, ja, diese Wut, diese Aggressivität, diese Art, diese Attitude von Kit, dass die, glaube ich, ein bisschen runtergeschraubt werden muss. Er macht so ein bisschen den Bellamy-Change wahrscheinlich durch. Ja, ich finde krass, dass ihr den Charakter so betrachtet, weil ich hab den nie so gesehen. Also bis auf, literally bis auf das Shabodi-Archipel, wo der halt als Psychopath dargestellt wurde, ist das danach ja einfach nie wieder der Fall gewesen. Oder hat den ja nach dem Zeitsprung und spätestens als Kaido runtergefallen ist, ja einfach als komplett neuen Charakter aufgezogen. Ja, Bro, er hat befreit. Und gerade auf Wano hatte der, finde ich, nichts mehr von seiner Bissigkeit. Da lief er einfach als Bro durch die Gegend und Konflikt gab's da nicht mehr. Aber vor dem Timeskip, das war, da hat er einfach Leute gekreuzigt. Ich sag ja so, der war halt, ne, da war halt ein Psychopath, aber spätestens nach dem Zeitsprung ist da der ganze Biss raus gewesen. Ah, ich sag's mal so, klar, da wurden die Szenen nicht mehr gezeigt, aber am Ende hat Oda ihn ja immer noch so charakterisiert sozusagen, dass er halt so sagt, ah, Kit ist der, der so und so. Ja, so in Wano hat er sich ja schon komplett anders verhalten. Ja, ja, klar, aber ich finde halt, ich glaube trotzdem, das Sein, das ist ja das, was viele immer noch denken, dass Kits Story vorbei ist. Und, to be honest, der wurde halt wie ein zweiter Lore aufgebaut, nur dass er noch nicht sein Dressrosa-Ark halt hatte. Ja. So, und bei Kit tatsächlich, ich glaube, der wird sich noch ändern. Ich glaube, der wird halt realisieren, dass seine Art, und natürlich, Viktor, du hast recht, er wurde halt auf Wano schon ein bisschen anders kategorisiert, aber er ist ja immer noch so sehr, bestes Beispiel da mit Shanks. Er will ja einfach Zivilisten angreifen, dem ist ja völlig egal, wen er da attackiert. Er war ja bereit, alle zu töten, die da mit Shanks unterwegs sind, Hauptsache er kommt zu Shanks. Und sie haben ja in der Anime-Folge sogar die Szene gesehen, hätte er das getan, was er getan hätte, dann wären die ja alle krepiert und ins Wasser gefallen einfach. Wahrscheinlich nicht gestorben, weil es One Piece ist, aber ich glaube schon, dass da diese blutrünstige Art immer noch irgendwo bei Kit da ist. Ich sehe bei ihm auch weniger so dieses Grupellose, wie er vielleicht ganz, ganz am Anfang charakterisiert wurde, sondern halt wirklich mehr so dieses Rivalending zu Ruffy, weil es wird ja auch immer, bei Wano war es ja dann auch so, wo die dann in dem Gefängnis waren und sich da einfach so auf typische Art und Weise halt so, ja, ich schaffe mehr irgendwie wie du. Ich habe schon zehn Orden. Ja, genau. Und dann halt auch so, als es dann darum ging, wer die nächste Insel bekommt, da war er dann auch so, ha, du Idiot, warum nimmst du die Route? Aber guck mal, das ist doch was ganz anderes. Also vom Rivalendasein braucht man ja keine Redemption, das ist ja erlaubt und legal. Das ist ja nichts, wo er redempted werden muss. Ich glaube nur, dass halt er so ein bisschen davon dann von diesem, weil er wollte ja auch König der Piraten werden. Ja, genau, er will ja immer noch König der Piraten werden. Aber ich glaube, davon wird er dann so ein bisschen abweichen. Ja, das glaube ich nämlich auch, dass er für sich realisieren wird, er wird nicht König der Piraten. So, weil Lore, da wurde zwar gesagt, er will das, aber es wurde ja generell gesagt, alle Supernova wollen auch König der Piraten werden. Das ist ja auch, stimmt ja nicht. Und gerade so ein Lore, sein Ziel war nie, König der Piraten zu werden. Der Boy wollte einfach sich die ganze Zeit an Doflamingo rächen und jetzt will er herausfinden, was der Wille der D ist. Und ich glaube, bei Kit, da wird was Neues kommen, irgendein neues Ziel. Weil so wie ihn Oda wirklich pre-Timeskip gesetupt hat, auch in Wano, dass der nochmal relevant wurde und auch, dass der jetzt so schnell abgefrühstückt wurde, das passt alles nicht in dieses, wie Oda-Charakter einfach schreibt. Ich glaube, da ist noch was geplant mit dem Charakter. Ich glaube, das muss jetzt nichts Gewaltiges mit Kit sein. Aber ich glaube schon, dass auf L-Buff, gerade weil es auch das Land des Krieges ist, Kit immer, der ist ja mit jedem Kaiser gefühlt im Beef, dass der so einen, blöd gesagt, seinen Miyamoto-Musashi-Moment hat. Dass der vielleicht realisiert, ey, vielleicht muss ich nicht immer kämpfen, um meine Konflikte zu lösen. Vielleicht funktioniert auch Toknojutsu, jetzt ganz übertrieben gesagt. Er braucht auf jeden Fall ja auch noch einen Flashback. Er braucht auch da. Ja, also wir haben ja in der, in dem SBS wurde ja erwähnt, wie Kit und seine Bande gebaut wurde und dass sein Schiff ja nach einer verstorbenen Kindheitsfreundin benannt wurde, auf die Killer und Kit einen Crush hatten und so. Victoria Punk heißt ja sein Schiff und die hieß Victoria irgendwas. Und die hatte gar keinen Bock auf die, die waren aber trotzdem befreundet. Und die wurde dann ermordet und dann hat Kit die Gangs in seiner Insel alle versammelt und dann haben sie die Typen umgebracht, die die umgebracht haben. Und daraufhin waren die ganzen Gangs versammelt und das wurde dann die Kit-Piraten-Bande. Ey, diese Leute, ich will ja auch gar nicht euch, also es sei jetzt eh tausend Punkte, ich versuche mal auf die letzten zwei einzugehen. Hauptsächlich, also du, Henry, meintest ja auch von wegen, dass der auf Warno so ein bisschen so lernt, so hey, vielleicht macht es halt keinen Sinn, Kirch der Piraten zu werden, wenn es halt so viele andere... Auf Elbaf. Auf Elbaf, meine ich doch, sorry. Gibt, ja, kann sein, dass er dann checkt, okay, da ist halt so eine große Lücke zwischen sozusagen denen, die näher sind und mir. Fans aber ultra antiklimatisch auf der anderen Seite. Weil es ist immer noch ein Schonen. Ein Schonen macht Versprechen, die auch eingehalten werden müssen, wenn er halt nicht subversiv as fuck ist und One Piece ist halt nicht subversiv. Und das Versprechen wurde halt gemacht. Das ist Ruffys Rivale auf dem Weg zum Piratenkönig. Wenn der jetzt halt quasi lernt, ah, ich will jetzt nicht Kirch der Piraten werden und manchmal ist es ja auch viel vernünftiger, sein Problem durch Reden zu lösen. Die Erkenntnis kann er gerne kriegen, nachdem Ruffy ihn windelweich geschlagen hat. Aber dass er die Erkenntnis jetzt ohne Ruffy von sich aus kriegt, weiß ich nicht. Das hat ja niemand gesagt. Dann schreiben anderen Manga mit Kit als Hauptcharakter. Ja, genau, aber dafür ist, das hat ja niemand behauptet, dass er diese Erkenntnis ohne Ruffy kriegt. Weil ich glaube, das ist der Charakter-Arc von ihm auf Elbaf, den er halt haben. Aber dann muss es halt schon ein mäßiges 1 zu 1 gegen 1 geben dafür. Ich glaube, das ist eben das, ich glaube, Kit ist immer noch gebrochen. Der hat halt jetzt schon, das erste Mal hat er seinen Arm gegen Ben Beckman vermeintlich halt verloren. Jetzt hat er gegen Shanks verloren. Er hat keine Road-Pony-Glüfe mehr. Sein Schiff ist zerstört. Das Schiff, was eine Metapher für eine Kindheitsfreundin sein soll. Wahrscheinlich, weil er ist ja immer noch nicht bestätigt, dass er überlebt hat. Er wird sehr wahrscheinlich von einer aus seiner Bande gerettet worden sein, die ein Fischmensch ist. Weil die hatte auch diese spiky Zähne wie Dellinger. Und ja, ich glaube, der wird halt am Ende sein. Das wird halt ein broken Dude sein. Weil ey, das erste Mal, er hat es halt immer wieder, so wie Ruffy halt, er ist eigentlich der schonen Protagonist, ohne der MC zu sein. Weil er hat sich ja auch so vielen Kaisern gestellt und immer überlebt, immer überlebt, bis er es halt im Tag-Team geschafft hat, Big Mom von der Insel zu werfen. So, die ja auch nicht K.O. war, als sie runtergefallen ist. Das muss man ja auch nochmal anmerken. Aber, ja, irgendwie, ich hoffe einfach, dass das Kit einen Reverse kriegt, dass der halt diese Aggressivität wegkriegt. Nicht komplett, aber dass der reflektierter einfach wirkt. Und dass der auch taktischer ein bisschen wird. Und in meinem Kopf auch so, er hat ja auch Königshaki. Das ist einfach gar kein Punkt gewesen. Auf Wano war es kein Punkt, wo es ja wirklich um, was bedeutet es, ein König zu sein, ein Herrscher zu sein, was bedeutet das? Er hat mit Kit nichts zu tun gehabt. Und bisher eigentlich, jeder Königshaki-Nutzer hat seinen Moment in der Story gehabt irgendwie. Selbst Zorro hat einen Moment bekommen, wo Kaido acknowledged, ey, du hast das. So, und du hast mir gerade irgendwas angetan. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Kit jetzt einfach diese Fähigkeit bekommt und das nie wieder thematisiert wird, dass er... Leute, natürlich wird Kit einen Arg haben. War ja gar keinen Sinn, so, wenn der einfach nicht aufhaut. Das wäre halt echt krass, wenn er es nicht hätte. Und das literally so dieses Jahr. Der ist halt wirklich jetzt besiegt und der chillt jetzt und besäuft sich nur in dieser Bar. Das ist so seine Story. Das macht natürlich wenig Sinn. Ich wollte eigentlich so ein bisschen, generell mehr drauf hinaus, noch so ungefähr zehn Minuten, dass ich es komisch finde, dass wir erst auf Warnow eigentlich das hatten, was ihr gerade beschrieben habt. Also das wurde dort angebahnt, aber dann nicht umgesetzt. Ein weiteres Problem von Warnow, aber let's not talk about that too much. So, aber jetzt dann halt zu sagen, okay, ein Akt später versuche ich quasi das Gleiche nochmal, nur auf einer anderen Insel und anders. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und das ist so ein bisschen, warum das, was ihr halt so alles erzählt, das ist auch alles richtig und das muss auch alles passieren, aber es ist eher so, in meinem Gefühl von dem, wie man so liest und den Flow hat, denkt man so, aber wurde das nicht theoretisch schon so auf Warnow abgehandelt? Und jetzt machen wir das auf Elbaf nochmal, weil du auf Warnow nicht genug Zeit für die Details hattest? Das ist so ein bisschen mein großes Problem, weil ich habe das Gefühl, das wird halt genau der gleiche Arc nochmal, nur, dass diesmal drüber geredet wird. So, das ist der Unterschied. das ist halt das Ding. Noch sind es ja auch von uns Spekulationen, wie Kidd da thematisiert wird und eingebracht wird. Ob er es überhaupt wird, ist ja alles noch fraglich. Ich würde da tatsächlich abwarten, was Oda delivered und wie das erste Treffen von Kidd auch wird. Wird er ähnlich wie da nicht seinen Metallarm haben, um zu zeigen, er ist gebrochen? So dieses, und wird das wieder halt ein Moment. Aber klar, die Storybeats könnten natürlich die ähnlichen sein, dass da halt geguckt wird, nur, dass es da vielleicht zu einer anderen Lösung kommt, weil zur Rivalität auch mit Ruffy und König der Piraten sein, wir haben ja auch jetzt vor drei Chaptern oder so dieses Panel gehabt, wo nochmal Vegapunk den Talk darüber hat, König der Piraten zu werden und der, der das One Piece findet und da hast du schön nochmal die Charakter gesehen, die wahrscheinlich in diesem Endgame relevant sein werden und da war kein Kid zu sehen, da war auch kein Lord zu sehen. Ich finde spätestens nach Wano ist deren Journey zum König der Piraten auch für mich vorbei gewesen, weil da waren die halt, Ruffy ist Kaiser geworden, nicht die beiden. Wobei man da natürlich auch noch argumentieren kann, die hat Oda bewusst nicht gezeichnet, weil man natürlich so das Rätsel aufrechterhalten will, was ist so das Ding geworden. Klar, aber let's be way, ich glaube keiner von uns sieht die beiden als legit Rivalen jetzt noch für Ruffy, weil wir eben auch gesehen haben, okay, die haben im Tag Team gegen Big Mom gekämpft und sie nicht besiegt, sondern von der Insel geworfen und Lore sehe ich spätestens seit Punk Hazard, auch wenn er es nicht hören will, aber sehe ich ihn einfach als Buddy von Ruffy und als Kollegen. Aber gerade das, ich finde, das macht es halt alles nur noch redundanter, jetzt die ganze Kid-Story, die du eigentlich hättest schon auf Wano je abfrühstücken können, jetzt nochmal aufzuwerben. Du hast beschrieben, ein Charakter, der nicht mehr ernst genommen wird als irgendwie Rivale, als Anwärter auf den König der Piraten, der für uns jetzt und let's be real, die Story könnte zu Ende gehen und du könntest Kid nie wieder erwähnen. Es würde nichts fehlen. Es würde kein Story-Detail fehlen, wo du sagst, so Moment mal, aber wer hat denn dann das und das und das? Nee, so das gibt es halt nicht. Das ist halt so ein externer Filler, also klingt so böse, aber im jetzigen Moment ist es halt ein Filler-Charakter geworden, der, ja, der taucht dann nochmal auf, mit dem hast du dann auch nochmal Story, aber genauso gut hätte das auch der hitzköpfige, Kanun-Sohn von Loki sein können, der dort gerade in Wano rumläuft, in Wano sag ich die ganze Zeit, in Elbaf rumläuft, Schabernack macht und daneben von Ruffy auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht wird von wegen, ey Bro, du bist halt hier nur ein mittelgroßer Fisch in einem kleinen Teich, aber sobald hier die Großen kommen, so die gleiche Story könntest du ja so auch erzählen, aber, ja, keine Ahnung, Mann, ich muss halt ehrlich sagen, ich brauch kein, keine nochmal die gleiche Kid-Story hier auf Elbaf und wenn Oda da nichts mega Besonderes mit dem macht, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dann werden das wahrscheinlich für mich ehrlich gesagt die schnarchigsten Momente, also wenn es um Kid geht, weil es nicht viel zur Story beitragen wird. Ich muss gerade irgendwie, äh, bei Kid muss ich immer mehr so ein bisschen, äh, denken, also, ich sehe den irgendwie immer mehr so ein bisschen ähnlich wie Chaz Princeton in Yu-Gi-Oh! GX. Ja, ja. Der wurde halt auch als, äh, am Anfang so als der große Rivale von Jaden und dann haben die Writer, glaube ich, irgendwann gemerkt, so, ah, eigentlich ist der da so auch, glaube ich, ganz beliebt bei den Zuschauern und irgendwie passt Zayn besser als Rivale. Chaz wird siegen, Chaz wird siegen. Und dann wurde er halt mehr oder minder so eine Lachnummer. Dann wurde er comic relieved, dann hat er Ojamas bekommen. Genau. Kid könnte auch Ojamas haben, es würde perfekt funktionieren. Ja, das stimmt wirklich, da könnte ich den jetzt umbauen. Am Meeresgrund liegen und dann wird er irgendwie so drei. Ja, das ist das Ding. Er muss, er muss 40 Metallteile suchen, um seinen Arm wieder zu formen. Genau, so ohne Witz, so an Chaz erinnert mich einfach gerade Kid. Kid wird siegen, Kid wird siegen. So, am Ende hat er die ganze, am Ende will Lissop seine Armee auf Elberf haben und dann sind eigentlich Kid, feuern die halt Kid die ganze Zeit an. Aber ey, wir haben, finde ich, schon viel zu lange jetzt über diesen einen Charakter gesprochen, den wir nicht mal wirklich genau wissen, ob er dort auftaucht und er hat ja eigentlich noch nicht mal konkret was mit der Elberflore zu tun. Eine viel spannendere Frage, die ich euch gerne noch stellen würde, als wir eben noch über die Geografie geredet haben. Mal was Realistischeres und etwas, was hundertprozentig Oda davor saß und sich auch gedacht hat und überlegt hat, wie genau mache ich das? Weil, da wohnen Riesen. Die sind, wie groß, Benni? Zwölf bis 15 Meter, war die Ansage? Ja, mindestens, ja. Genau, die sind sehr groß. Wir haben das schon am Schiff jetzt gesehen, ne, das Bett, auf dem Lilith aufwacht und so, es ist alles riesengroß. Die Trauben sind riesengroß, die Ruffin sich reinschaufelt. Und mal angenommen, da wohnen, boah, lass es 2000 Bewohner auf dieser Insel sein. 2000 Bewohner, die alle jeweils, die Kinder ab 7 Meter bis zu den Erwachsenen, 13, 14 Meter, wenn es ein großer Riese ist, die brauchen Häuser, die brauchen einen Dorfplatz, die brauchen Schaukeln und Sandkästen und einen Teich und Hundehütten und hast sie nicht gesehen. Und die brauchen Platz. Die brauchen vor allen Dingen fucking viel Platz. Meine These wäre, die Zivilisation von Elbaf würde zum Beispiel nicht auf die Fläche von Wano passen. Einfach, weil die Insel zu klein wäre. Wie groß, rein von der Quadratmeteranzahl, ist Elbaf tatsächlich? Glaubt ihr, das wird wirklich so eine XXXL-Insel, die einfach riesenfucking groß ist? Ja. Also die größte Landmasse bisher? Ich glaube tatsächlich, dass Elbaf vielleicht wirklich die größte Insel von der Fläche her ist, auf die wir bis dato gereist sind. Das ist ja schon big news. Die meisten Inseln, auf denen wir waren, hatte ich das Gefühl, so an einem Tag, wenn du in der Einrichtung losgehst und dann im Kreis gehst, umrundest du die eigentlich recht schnell. Ich frage mich viel mehr, wie wird Oda das hinkriegen, das zu zeichnen, halt wenn die Strohhüte da sind? Wie oft wird er diese Größen, die Dimensionen verkacken? Also vergessen. Aber ich glaube, das wird Oda sehr viel Spaß machen. Ich glaube, es wird viel mit Perspektive gespielt. Ich sehe halt jetzt schon wieder sowas kommen, wie Lilith baut halt so einen, so ja, so einen Wambo-Strahler und dann werden die alle groß. Ja, das glaube ich tatsächlich nicht, auch wenn es vielleicht für Comedy... Nein, glaube ich auch nicht, aber so würde es sich einfach machen. safe. Ich glaube, Oda wird viel, ähnlich wie, es gibt doch diese Digimon-Folge und Jack und die Bohnenranke ja auch, aber in dieser, wo sie in diesem Tigerhaus sind. Und ich glaube, sowas wird Oda schon gern machen. Ruffy geht in so ein Riesenhaus und alles ist viel zu... Oder das Schloss von Loki, was vielleicht im Himmel ist und dann erkundet das Ruffy und du bist halt da wirklich so eine kleine Figur einfach in diesem Riesenschoss. Ja, aber er muss es halt, keine Ahnung, 80 Chapter oder so halt durchziehen. Ich hoffe einfach, wir kriegen diesen einen Shot tatsächlich, wo so eine Hommage auch an Dragon Ball mit Zeus, dass die alle auf Zeus auf diese Himmel, also dass die nicht die Ranke hochklettern, sondern dahin fliegen und dann, dass du diesen Shot hast, wo du die Strohüte, so ähnlich wie Sky Island damals, als die angekommen sind, du siehst diese ganzen Wolken und dann hast du halt so die Insel gesehen, dass du die Strohüte ganz klein siehst und dann dieses, auf den Wolken dieses gewaltige Schloss und du dann siehst, ja guck mal, so winzig sind unsere Helden und so riesig ist das, weil ich glaube, tatsächlich Größe wird halt, weil das wird immer, die Riesen sind so groß, das ist alles zehnmal größer als wir sind und ich glaube, damit wird Odafi einfach spielen, sodass wir da diese Unterschiede auch sehen und gleichzeitig vielleicht sogar, wenn Ruffy sich in einen Riesen verwandelt, dass wir da halt auch dieses, oh guck mal, es ist Sneaker oder guck mal, wie stark Ruffy ist, obwohl er so klein ist, kann er es trotzdem mit den Großen irgendwie aufnehmen. Ja, also grundsätzlich sehe ich das ähnlich, also gerade halt diese Sache, was du mit Zeus meintest, so, dass die halt damit so hochfliegen werden, dass sie diese Optik so ein bisschen kriegen werden. Ruffy als Riese, gerade halt der Nika-Form, da habe ich gerade gar nicht gedacht, tatsächlich. Worauf ich noch hinaus wollte, mein Call, die werden auf jeden Fall Transport haben, weil Oda es sich nämlich nicht geben wird, zu sagen, ja fuck, da brauchst du halt jetzt eine Woche Fußmarsch hin als kleiner Junge, sondern die werden immer Transport haben, in irgendeiner Form, entweder halt durch Zeus, durch andere Riesen oder durch ein System, so, was sich Oda auch nicht nehmen lassen wird, zu designen, wenn er will. Und ansonsten, was du gesagt hast, Henry, ich glaube schon, dass Oda das durchaus durchzieht, 80 Chapter, das mit den Größenverhältnissen und sowas, weil ich glaube, der hat da Bock drauf, weil ich glaube, der hat sehr viel schon an Shots, an Frames und sowas einfach schon vorgezeichnet und vorgefertigt und ist so, okay, ich weiß ganz genau, keine Ahnung, ich will, am einfachsten ist es, die Größen darzustellen, wenn sie vor dem Möbelstück, vor dem Kleidungsstück, vor dem Löffel, vor der Gabel, vor dem Becher, vor was auch immer stehen, so, das sind die Shots, die will ich aufzeigen, die sind leicht zu zeichnen, das kann ich gut umsetzen, so wird dann vielleicht sich, das glaube ich halt eher, wird wenig Außen zeigen, das ist noch so eine Theorie, weil Außen ist halt Grünzeug und ich finde, Grünzeug ist halt Grünzeug, ob das ein großer Busch ist oder ein normal großer Busch, das kommt schwer rüber, wenn es schwarz-weiß gezeichnet ist, glaube ich. Außer es sind Gefahren, ich glaube, das halt, wenn er die Gefahren der Insel, wenn er die Gefahren der Insel zeigt, das könnte ich, glaube ich, mir auch vorstellen, wie das Elbaf sehr gefährlich ist, so dieses Dazuleben, genau, für kleine Menschen, sehr gefährlich oder für Menschen einfach gefährlich ist und dass wir dann halt, da wird es auch riesige Tiere geben, riesige Tiere kann ich mir vorstellen, also dass wir da so dieses, Raffi dann, der sagt, ach guck mal, das erinnert mich an die Insel, wo ich auf dem Timeskip trainiert habe und so, also dass wir viele, ja so einfach sehen, hey, das ist eben eine Insel voller Riesen und auch alles, was da ist, ist riesig, so und ich glaube, was Victor auch eben gesagt hat, Oda hat da, glaube ich, richtig Bock drauf, weil das ist eine der most early Inseln, die Oda konzeptionell irgendwie hatte, eine Insel voller Riesen und ich glaube, auch da, jetzt als du erzählt hast, mit diesen Größenunterschieden, denke ich mir so, keine Ahnung, die Strohhüte, die dann irgendeine Schublade oder so von, von den Riesen sich ankommt und dann so Höschenjagd auf einmal aus Versehen, so eine Unterhose von einem Riesen einfach, die da einfach so zehnmal so groß ist wie Ruffy irgendwie, so, weil er dann, keine Ahnung, irgendwie da so hochklettern will und dabei gehen die Schubladen oder so auf, also ich kann mir schon irgendwie viel vorstellen, was Oda da einfach an Jokes auch zeichnen möchte. Ja, der wird auch safe, der wird auch safe irgendwie von irgendeiner Riesen, die Brüste werden dann als bouncige Trampoline. Wie bei Chiraoshi auch. Genau, ich wollte gerade sagen, das haben wir mit Chiraoshi ja eigentlich schon gehabt, was sich Oda natürlich trotzdem dann nicht nehmen lässt, nochmal zu machen. Sanji braucht ja auch einen XXL-Schwarm, auch noch, so, da wird er bestimmt was finden, also ja, wir werden, glaubt ihr, wir werden eine Prinzessin kriegen? Ist Loki vielleicht eine Frau und deswegen wollte Big Mom, wollte sie Big Mom nicht heiraten? Ich glaube tatsächlich, Loki wird so der Prinz-Charakter, weil ich glaube, diesen Loki wird, glaube ich, einer der Major-Charakter, ich glaube nicht ein Antagonist, aber der gibt mir so, von dem, wie es bisher ist, so ein bisschen Momo-Shira-Hoshi-Vibes, keine Ahnung, ob der was mit einer antiken Waffe zu tun hat, aber... Also kriegen wir keine Frau? Nee, vielleicht, vielleicht gibt's ja, vielleicht ist er ja jetzt schon verheiratet, also ich glaube, Loki ist mittlerweile König, ich glaube, der ist der König der Insel, so, und ob er eine Frau hat, werden wir dann ja erfahren, aber ich glaube... Das wäre ein bisschen die Frage, weil ich glaube, halt Riesenprinzessin, oder wird sie es halt nicht mehr wissen? Ja, probably not, das stimmt schon, aber beziehungsweise ob Prinzessin oder weiblicher Riesencharakter, dem Ruffy irgendwie hilft, so. Ja, das ist halt nämlich dann wieder die Frage, so hilft er, du hast ja eben schon angedeutet, Loki, der halt dann so ein Momo-Shira-Hoshi-Charakter ist, oder hilft er quasi der oder demjenigen, mit dem Loki vielleicht ein Problem hat, weil Loki zu dem Zeitpunkt ja auch einfach ein Arschloch sein könnte. Das ist sowieso, finde ich, die größte Frage, die ich mir bei Elbaf stelle, so, wer wird der Main-Antagonist? Und ich glaube, es wird kein Riese. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, es wird die Weltregierung in irgendeiner Form. Weil sie eben in der finalen Saga jetzt schon geset-upt wurden. Wir haben direkt alle fünf Weisen bekommen auf Eckert. So, und ich glaube, irgendwas von der Weltregierung wird der Antagonist. Ob jetzt das Aufhalten der Motherflame wieder, ob einer, keine Ahnung, ein God-Knight, God-Knight, wer auch immer, irgendwas. Weil jetzt ein Riese, wir haben schon gesehen, dass Ruffy Riesen besiegen kann. Ist es Garland-Time? Maybe. Ich habe das Gefühl, es ist Garland-Time, wenn du das so sagst. Ja, irgendwie, also gerade, warum auch diesen Charakter so einbauen und schon als krassen Dude irgendwie. Es ist Shanks Bruder, der hat uns bei Weevil damals auch gefragt und hier sitzen wir, Benni. Warum schon damals einfach? Ich haue es einfach raus, Weevil wird auftauchen. Der wird da auftauchen. Könnte auch. So, weil, es geht ja auch, ne, Klone, Stassi, was ist mit der? Wurde die gerettet? Haben wir auch noch, vielleicht kriegen wir das im nächsten Chapter, so, dass wir da eine Antwort mal kriegen. Aber, ja, Antagonist ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage hier, weil, ich glaube auch bei der, bei Ackett war ja recht early on so, ja gut, das wird die Weltregierung irgendwie sein, ne, erst durch die CP0, CP0 und dann, ja, krass, okay, Saturn ist auch. Ich sage es, bei Ackett waren wir im Zweifel auch einfach darauf vorbereitet, dass es jetzt keine klassische, jemand muss fertig gemacht werden, um die Situation zu klären, Staffel wird, ne, mit, ah, die kommen, um Vegapunk zu packen, es wird vielleicht eher eine Escape-Geschichte, es wird vielleicht eben eher so ein Stand-off-Ding, was es ja dann auch wurde, aber trotzdem haben wir dann halt, ne, die fünf Weisen als die großen, großen, bösen Antagonisten. Mann, das ist halt so generell das Ding von Ackett, ne, man fragt sich halt so, ja, aber was kommt denn jetzt? Ja, aktuell ist ja auch bei Elbaf so, einfach das Ziel, so, ja, wir haben jetzt die Chance endlich zu dieser Insel zu kommen und deswegen fahren wir da jetzt hin, so die letzten Male waren es ja schon dann, ne, mit Vegapunk dann zum Beispiel, ähm, dass man da irgendwie ein richtiges Ziel hatte, aber jetzt war es, es ist halt einfach so, ja, wir müssen halt weg von Ackett und wir sind jetzt bei unseren Freunden den Riesen und jetzt haben wir endlich die Chance nach Elbaf zu kommen, deswegen machen wir das. Ich habe auch das Gefühl, das letzte Mal, dass das einfach nur so, wir gehen zu einer Insel, wo es gerade kein Problem gibt, war halt so, so, wo sie dann halt nach Dressrohers, weil von Punk Hazard war es so, ah, Hilfe ruf, wir müssen da wem helfen, Dressrohers war klar, ey, da haben wir die und die Sachen, die wir erledigen müssen, dass es dann eskaliert, aber es gab immer eine Agenda, es gab immer ein Problem, was gelöst wird, es gab immer was. so war ja auch eine Agenda, es war ja dieses, okay, wir müssen da hin, um uns mit den Verbündeten von Lost zu treffen. Genau, aber einfach nur zu treffen, aber da gab es ja keinen Konflikt, der ist ja dann erst durch den Flashback entstanden, ey, Jack hat die Insel attackiert und so, aber jetzt nach Elbaf, wir fahren ja literally gerade dahin, ohne zu wissen, was da abgeht, was da, und es klingt jetzt für mich auch nicht so, wie Boogie und Ruggie darüber reden und die Bande, dass da gerade ein Konflikt irgendwie ist. Ja, wir haben es ja gesehen daran, dass, also, A, also das sind so Sachen, Shanks war da, Shanks war dort, bis vor kurzem noch, und hat Kid easy peasy einfach weggehauen, während er nebenbei irgendwie da in dieser Bar gechillt hat, Kinder drumherum waren, für mich sagt das alles aus, so, Shanks hat sich eh alles fest im Griffen, da kann eigentlich nichts passieren, wenn was passiert, dann muss es an Shanks vorbei, da brauchst du gar keinen Ruffy. Glaubt ihr, dass Shanks auftauchen wird? Das ist ja so eine der größten Vermutungen. Ja, aber warum ist er dann gerade weg? Ja, meine Vermutung war ja, dass der eher der schattierte Typ war, der irgendwie jetzt, komm ran. Ich frage mich nämlich auch, was Victor gesagt hat, warum wird, warum inszeniert es dann, oder dass er geht? es ist halt so dieses, dann hätte er auch einfach ihn weiterhin in der Bar lassen können. Aber wo wurde das inszeniert, dass er geht? Wo er zu Kid, bevor die Kid attackieren, will ja Shanks los und dann kriegt er die News, ey, Kid. Ja, aber vielleicht hat er sich halt dann danach umentschieden. Ja, okay, ich brauche noch mal Sake. Ja, wer weiß. Ja, safe. Aber um da mal generell die große Frage zu beantworten, die hier gestellt wurde, das ist, was auf Elbaf passieren wird. Diese Silhouette ist, was auf Elbaf passieren wird. Was genau, wissen wir noch nicht, aber dieses, ja, dann komm jetzt, das ist halt schon, glaube ich, die Ansage für den Arx. Und darum wird es gehen, dass Ruffy da jetzt kommt und diese Silhouette ihn empfängt. Weil, Mann, ich habe ja jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet und auch den nächsten Band für den Bender Talk gelesen und das, das sind halt so die Art und Weise, ich weiß nur so einen Satz, aber man kriegt halt schon die Rayleigh-Vibes. So, man kriegt halt die Vibes von so einem Elite-Alpha-Dawg, so, der da halt sitzt. Spocker-Bahn. Ja, Deswegen habe ich an Shanks gedacht. Ja eben, ich finde, da ist Shanks halt fast, also das möchte ich übrigens feststellen, da ist Shanks, der abreisen wollte und dann zurückkommt, plausibler als fucking Skopper-Gabahn, der mittlerweile halt wirklich so oft schon in den Raum geschmissen wurde, dass, glaube ich, sogar für Oda selbst ein Meme ist und wenn überhaupt dann so ganz am Ende es sich herausstellt, wenn Panda-Man die Maske abnimmt, so, es war Skopper-Gabahn all along. Glaubt ihr, Oda und sein Editor haben mittlerweile den Joke jedes Mal, wenn Oda eine neue Silhouette zeigt, so diese zeichnet, so dieses Skopper-Gabahn und Oda der nur einfach nur lacht und gar nicht drauf eingeht. Ja, ich bin echt gespannt, also diese Silhouette ist halt tatsächlich mit das Interessanteste für mich gerade, weil ich wirklich denke und meine Hoffnung reinlege, dass das ein sehr, sehr cooler und wichtiger, krasser Charakter sein wird, der jetzt endlich in die Story eingeführt wird. Man darf ja wohl noch hoffen. Also er muss ja zumindest mal in irgendeiner Art und Weise entweder eine Beziehung zu Ruffy haben oder ein Problem, eins von beiden. Ich glaube aber, dass er wird eine Beziehung haben eher zu der alten Garde und zur alten Generation. Vielleicht das ist ein Rockspirat. Da sind die Vibes. Vielleicht das ist jemand oder jemand, das ist der Roger-Piratenmann. Das kann natürlich auch sein. Ich finde generell, glaubt ihr auch da wieder, dass wir auf Elbuff das vierte Road-Pony-Glyph kriegen? Ich persönlich glaube es nämlich noch nicht. Ja, der Man-Mark-Be-Flames hat es ja. Ja, genau. Hat er auf Elbuff gar nichts verloren. Genau. Ich glaube auch nicht, dass das dann, ich glaube, da wird es den Hinweis geben, wie sie das, dass er es hat und wo der vielleicht ist und wie die das kriegen können. So, aber ich glaube tatsächlich auf Elbuff wird es noch nicht relevant. Aber meine Freunde, apropos Pony-Glyph. Yes. Saul, nicht Goodman, aber Saul wird ja auch da sein. Und wir haben jetzt letztes Chapter auch schon so ein bisschen die Vorfreude bekommen. Robin hat Bock, ihren alten Freund wiederzusehen. Habt ihr auch Bock? Victor, ich hab Bock, aber ich werde nichts kriegen. Ich bin ganz ehrlich. Wir werden kaum, glaube ich, Input kriegen von Sauru. Da wirst du drei Sätze kriegen. Du wirst so, ich bin salty. Ich bin richtig salty. Ich glaube, wir werden so drei Sätze zu, ah ja, Nika und warum. Das könnte, also ich glaube schon, wir kriegen Infos über die Nika-Religion in Elbuff. Ob das was mit Pony-Glyphen zu tun hat, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube tatsächlich, Pony-Glyphen-Talk. Ich glaube, es ist so eher dieses, oh ja, Robin und Sauru treffen sich wieder. Alle happy-go-lucky. Und die reden dann auch ganz viel miteinander. Ja genau, die beiden gehen dann irgendwo hin, um zu reden. Wir kriegen Raffi und Lüssop ein Stäbchen in der Nase. Genau, das ist das, was Oda uns zeigt, während du da hinten dann immer nur so Punkt, Punkt, Punkt siehst. Und Jimmy, der so aha, interessant. Wow, aus der Perspektive habe ich das verlorene Jahrhundert noch nie betrachtet. Das ändert ja alles, Robin. Die haben ja da auch alles von wie heißt es denn jetzt? Von O'Hara. Haben die doch alles dahin gerettet, ne? Ja, also das waren ja sogar Hierudin und die ganzen Riesen von dem. Die haben das rübergeschleppt. Also auch die haben gefühlt jetzt eine Connection zum O'Hara-Zwischenfall dadurch bekommen. Also wir werden auf jeden Fall den Shot bekommen von der riesigen, Riesenbibliothek. Ja, das wird ein Double Spread. Ich glaube, wenn sie reinlaufen, dass du die siehst. Ja, genau. So ähnlich wie der Shot damals mit, wo man S-Shark gesehen hat, wo er in diesem Tank dann auf einmal ist. So, was, krass. Ich glaube übrigens auch wieder so kleine Theorie, Oda wird sich nicht nehmen lassen, auch wenn Sauros Verletzungen mittlerweile über drei Jahre her sind mit dem Einfrieren, der wird da trotzdem bandagiert sitzen oder verletzt sitzen. Sogar fast über 20 Jahre her. Über 20, stimmt. Das war ja nicht vorm Zeitsprung, das war noch, als Robin Klein war. Ewig her. Und trotzdem sage ich, der wird da irgendwie so bandagiert oder verletzt sitzen, damit wir als Leserinnen und Leser die Connection machen können. Ah, der hat eine schlimme Verletzung von damals überlebt und sitzt hier immer noch. Das wird komplett schwachsinnig sein und ich glaube, Oda wird es sich nicht verkneifen können, weil die dumm sind. Könnt man da nicht dann auch so Brandnarben? Ja, ja. So wegen Frostbrand so malen? Ja, aber ich sage, das wird trotzdem bandagiert sein. Ja, kann sein. Das ist halt das neue Design von ihm. Wer weiß. Vielleicht trägt er auch eine Augenklappe, was ich nicht glaube. Der Augenklappe, ja. Oder kriegt dieses Obito-Treatment mit diesen Kringeln da im Gesicht. Ja, generell. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr spannend, dieses Review. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir auf Elbaf landen, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr noch Sauro sehen. Also, dass das sofort zu Sauro geht. Ich glaube, dieses bei Sauro ist halt ähnlich wie damals. Der wird wahrscheinlich oben sein. Ja, maybe. Oder ähnlich wie auf Sauro, da sind sie ja auch angekommen und dann war es, erst haben wir die Gruppe kennengelernt. Dann, okay, wir müssen erst zu dem hingehen. Dann sind sie doch erst nach fast zehn Chaptern zu Inuarashi gegangen. Dann gab es da ein bisschen Infos. Dann ist man zu Nekumamushi gegangen. Dann gab es da Infos und dann hat Jack nochmal angegriffen. Ne, dann ist man zum Baum gegangen und dann hat Jack angegriffen. Dass man hier halt auch eher so, ja, okay, wir kommen ins Dorf an. Ja, man muss erst mal den Rüpel des Dorfes, der irgendwie die Holde Maid belästigt, der muss erst mal besiegt werden. Der Ushimaru, der Sumo-Ringer-Tonier hat. So, der muss erst mal für den Anfang besiegt werden. Und dann geht es so langsam peu a peu zu Kidd und Sauru und Shanks. Weil damit muss es ja eigentlich wirklich anfangen. Der Einstand ist ja, dass Ruffy auf die Insel kommt und erst mal als weißer Imperialist die Locals verprügelt. Ja, absolut. Einfach erst mal schön so, ihr Barbaren, ich trete euch jetzt erst mal. Der gehört auch noch einfach zu einem anderen Volk. Es ist ja nicht so, dass er ein Riese ist, der da hinkommt und andere Riesen-Challenge, sondern eigentlich beschämt er ja voll die Riesen-Kultur, dass einfach ein Mensch da hinkommt und Riesen verprügelt. Ich bin gespannt, wie Odas diesmal managen wird, wie er die Gruppen trennt. Ja. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Wird es einfach wieder so Zorro und Brook so, ja, wir bleiben beim Schiff oder überlegt er sich was anderes? Boah, bitte, bitte. Sanji und Zorro, die wieder eine Wette abschließen wollen, wer das größere Tier erjagen kann. Das wäre cool. Das wäre ein schöner Hommage zu Little Garden und gleichzeitig könntest du die großen Tiere auf Elbath dadurch establishen, dass du, deren Plotlines gehen halt um die Tiere und die Gefahren im Wald oder whatever und dort lösen sie ein Geheimnis. Da wird dann irgendein Geheimnis irgendwie wieder revealed. Und das wird aber auch ein Trope, gerade das Monster-Trio, was ständig Dinge tut, wo die Riesen um sie herum werden wieder, die Wilden werden komplett beeindruckt sein von den fortschrittlichen weißen Mann, der da hinkommt und alles besser kann als sie, besser jagen kann, besser laufen kann, besser hauen kann und die werden ständig sagen, oh, so kleinen Jungen, die da gekommen sind, so, was, der hat den erlegt? Die werden dann ankommen und dann hast du die Riesenjäger, die dann irgendwie so ein Wildschwein hinter sich herziehen und da hast du Zorro, der einfach ein dreimal so großes Wildschwein hinter sich herzieht und alle werden so beeindruckt sein von den Strohüten. Ich glaube von der Stärke auf jeden Fall, aber die Intelligenz der Riesen wird, glaube ich, am meisten Lissop ausnutzen, weil der halt mit seinen Gadgets und whatever, der macht halt wie diesen Daumenabtrennen, so dieses Joke und die sind so, oh mein Gott, der ist ein Magier. Das ist ja eine herrlich problematische Staffel. Ja, super. Aber ich glaube tatsächlich, bei, wo wir bei Antagonisten nochmal zu Loki, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der wird erzogen, weil dieses Lissop ist ja schon gefühlt der König der Lügner und auch Loki wird ja in der, in der Lore irgendwie als jemand dargestellt, der Schabernachs, der Pranks macht und lügt. Stell dir mal vor, das ist ein Riese, der eine lange Nase hat. Ja, maybe. Ein bisschen auf Pinocchio dann zu gehen, aber gut, haben wir mit Lissop und Eki auch schon ein bisschen gehabt, aber obwohl Eki nicht. Aber wo Loki ist, müsste es doch eigentlich auch Thor sein oder nicht. Ja, ist halt die Frage, ob es die halt dann alle gibt, ne, ob wir da noch mehr, ob es halt diesen Hammer gibt, der gezogen werden muss, das Power-Up für Lissop, ne, das steht ja alles, weil es ja diese ganze nordische Mythologie ist. Es ist halt wie die Frage, wie viel wird sich Oda inspirieren lassen und wie viel wird Oda sagen, das fand ich einfach cool und den Rest dichte ich mir einfach selber zu, weil die haben wir ja auch gesagt, auf Wano gab es ja irgendwann dann auch die Theorie, uh, Marco, Yamato, Momo und Ruffy werden zusammen gegen Kaido kämpfen, weil das diese, die diese vier aus der Momotaro-Legende halt sind, die dann gegen den Oni kämpfen, das ist ja auch nicht passiert. So, daher, ich glaube schon, dass Oda sich natürlich inspirieren lässt, aber ich glaube nicht, dass es immer zur selben Conclusion kommt wie in den Inspirationen, also vielleicht wird es den Hammer auch gar nicht geben, so, der ist zwar schön, vielleicht wird es ein Thor nicht geben, vielleicht aber auch doch, also, ich glaube, alles ist da noch im Raum, hängt halt davon ab, wie viel Oda zeigen will, ne. Naja, ich finde auch die Wahl, Loki zu nehmen, ist ja auch schon in sich weird, weil, ja, Loki ist ja nicht der Prinz, eigentlich ist ja Thor der Prinz, Odin ist der König, so, jetzt tut mir leid, wenn ich jetzt hier alles komplett wegfahre, aber das ist ja die Hierarchie, Odin ist der Göttervater, Thor ist sein Sohn, auch wenn die meistens, manchmal glaube ich, so die gleiche Figur sind, aber ist ja auch so eine Gott-Jesus-Geschichte, ähm, und dann hast du ja Loki als Frost-Riese, der adoptiert reingekommen ist, also das ist jetzt abseits von Marvel ja überall die Story, dass der auf, als Findelkind aufgenommen wurde, sozusagen. So ein bisschen wie Big Mom ja auch, auf der Insel der Riesen. Genau, weil eigentlich hat ja eher Big Mom die Rolle des Loki dann nach der Logik gehabt, deswegen bin ich halt sehr gespannt, ob das einfach nur, hey, mir gefällt der Name besser, mir gefällt vielleicht die Figur vom Framing besser, deswegen nehme ich ihn, äh, es kann natürlich auch eben was mit diesem Gott-Schabernachs-Ding zu tun haben, weil im Endeffekt ja Ruffy auch ein Loki-Charakter ist, zwar nur mit den positiven Eigenschaften und keineswegs mit den negativen, aber dieser Prankstar als Archetyp, das ist ja Ruffy und, äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht eben auch irgendwie Parallelen andeuten soll mit, hier, guck mal, der Sonnengott, der ja auch eigentlich quasi so ein bisschen, glaube ich, eine Prankstar-Figur ist und jetzt hast du Loki, der zumindest vom Namen her ja auch so kategorisiert werden kann, wie der Typ dann tatsächlich sich verhält und was das dann für ein Charakter ist, steht ja auch nochmal auf dem anderen Blatt. Vielleicht kann der ja auch komplett gegenteilig davon, wie wir ihn jetzt erwarten handeln, weiß ich nicht, aber kann das sein. Vielleicht ist er jemand, der sich zu sehr an Regeln hält und dann wird er halt eben durch einen Lissop, weil ich finde, Lissop passt halt auch sehr in diesen Prankstar-Archetyp, dass der halt eben von den beiden dann so ein bisschen zum Schabernack angetrieben wird, so, ey, du kannst auch Fun haben. Ich werde nie das Urla-Zitat, was heißt Zitat, aber irgendwie hat er das doch mal beschrieben, das Verhältnis zwischen Ruffy und Lissop besteht ja eigentlich darin, dass Lissop ja, glaube ich, sogar ein Jahr älter ist oder so. Nee, ich glaube, die sind gleich alt. Oder gleich alt, genau, die sind nämlich aber gleich alt und eigentlich ist Ruffy jemand, genau, es ging nämlich ums Spannern und der hat nämlich gefragt, ja, aber warum spannert Ruffy zusammen mit Lissop bei Nami beim Duschen, wenn du doch immer sagst, Ruffy interessiert sich nicht dafür und da sagt halt Oda auch so, ja, aber guck mal, Lissop und Ruffy sind ja gleich alt und sind quasi beste Freunde so, ne, und machen alles miteinander und wollen halt auch so ein bisschen auf Augenhöhe sein und wenn Lissop so was anstiftet, so, hey, das machen halt Jungs so, dann folgt Ruffy, weil das Jungs nun mal so machen und das dazugehört, also jetzt ohne überhaupt jetzt irgendwie verteidigt zu wollen, das Jungs anscheinend so machen, halt irgendwie Frauen hinterher zu spannern, die Logik von, okay, du hast halt hier Lissop als den, 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 der, dem Vorreiter, das Vorbild, ja, der Vorreiter, der den anstiftet, als Anstifter sozusagen, ne, der halt dann sagt, komm, wir machen das jetzt und das bringt dann Ruffy dazu, das auch zu machen, der das alleine nicht tun würde. Ja, das ist halt echt der schlechte Einfluss. Genau so ein bisschen dieser, dieser Spicy-Einfluss und ich glaube, das sagst du ganz richtig, Benni, das könnte auf L-Buff mit Loki vielleicht auch der Fall sein. Ja, ich glaube, Ruffy und Lissop werden safe mit Loki interagieren. Da, also, bei den anderen Strohüten bin ich mir nicht sicher, aber die beiden, gerade auch, weil Lissop, immer dieser, der L-Buff ist der Lissop-Arch, das muss ja gar nicht sein, dass Lissop da das krasse Power-Up kriegt, sondern einfach, ich glaube, aufgrund der Motive wird es etwas sein, was für Lissop relevant ist und ich glaube, deswegen wurde auch Loki gewählt, weil er eben auch was mit Lügen und Schabernack zu tun hat in der Lore und dadurch dann halt eben diesen Bezug zu Lissop auch einfach hat und wird dadurch nochmal eine andere Perspektive, weil zum Beispiel ein Lissop, der lügt zwar, aber wenn es um seine Nakama geht und um wichtige Dinge, dann sagt er die Wahrheit und dann ist er sogar bereit, in den Konflikt zu gehen, um diese Wahrheit zu beschützen und das man dann halt sieht, weil meine andere Frage, die ich mir nämlich in diesem Ark stelle, warum ist L-Buff isoliert? Wir haben halt bei Wano so ein großes Ding draus gehabt, die Insel ist isoliert, aber L-Buff ist es ja auch, die haben ja auch keinen Bezug zur Weltregierung und wir wissen ja, dass Riesen gejagt wurden und teilweise hingerichtet wurde und Mother Carmel die retten musste. Was für einen Konflikt gab es da in der Vergangenheit zwischen den Riesen und der Marine und der Weltregierung? Warum sind sie isoliert? Weil es scheint mir anders zu sein als bei den Samurai Suswano, weil da wurde gesagt, ey, wir sind seit Jahrhunderten isoliert und abgekapselt. So bei den Riesen, weiß ich nicht, ob das auch schon seit Jahrhunderten von Jahren der Fall ist oder vielleicht ja schon, so, aber vielleicht ist das auch erst so in den letzten hundert, zweihundert Jahren entstanden, dass die gesagt haben, ey, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Zumindest scheinen die ja nicht direkt irgendeine Verbindung zu Joyboy zu haben, weil sie ja immer von Nika sprechen. Von Nika, genau. Und nicht von Joyboy. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die dann überhaupt bei diesem ganzen Konflikt vor 800 Jahren da eine große Rolle gespielt haben und irgendwie auf Seiten Joyboys gekämpft haben. Deswegen, ja, definitiv eine interessante Frage, Benni, auf die ich jetzt auch keine Antwort habe. Ja, ich habe auch keine Antwort drauf. Ich glaube, aber das wird thematisiert. Ich glaube, wir werden da einfach mehr Kultur und eben Historie des Landes kennenlernen. Und, ja. Ja, dieses Isolationisten-Ding in One Piece ist ja eh richtig weird, weil du hast halt theoretisch haben wir drei Sachen kennengelernt bisher. Das sind halt die Fischmenschen, das sind die Leute auf Zoe und auf Warno und die Fischmenschen waren halt isoliert bis vor 200 Jahren, als sie sich ja dann der Weltregierung angeschlossen haben. Und der Moment, in dem sie sich der Weltregierung angeschlossen haben, war ja der Moment, in dem wir dann im Laufe der Entwicklung zum jetzigen Tag gekommen sind, wo halt so eine Kami da einfach doof rumschwimmt und sich packen lässt, wenn sie nicht aufpasst. Aber die sind unterwegs. Da ist eine Gefahr, aber die sind unterwegs. Und diese Gefahr, die herrscht ja theoretisch auch für die anderen isolierten Völker. Wenn da jetzt ein Winke irgendwo rumläuft, der ist ein Leckerbissen. Wir haben die Liste gesehen, was welches Volk kostet. Also das kann ja dann nicht das Argument sein, dass die Angst haben, gepackt zu werden, weil das kann jeder. Ich weiß nicht, ob es wirklich was damit zu tun hat. Ja, erst wenn du der Weltregierung angehörst, traust du dich, da frei rumzulaufen? Weil das ist halt der einzige Unterschied zwischen den Fischmenschen und diesen anderen isolierten Völkern. Warum sind die Fischmenschen die einzigen, die sich trauen, während die anderen halt alle wirklich komplett nur bei sich sitzen und nichts von niemandem wissen wollen? Naja, gut, weil wir haben es ja immer wieder gehört, gerade jetzt zum Beispiel auch So und eben auch die Elbaf, die sind halt in der neuen Welt. Es wurde auch schon immer gesagt, wie gefährlich die Grand Line ist, aber die neue Welt. Die sind ja offiziell auch. Ja, aber die sind ja unter Wasser größtenteils unterwegs und die haben ja auch eine Historie durch Sklaverei und so und dass sie verkauft wurden. Die Riesen haben auch eine Historie mit Sklaverei. Ich meine, die ganzen Vize-Admiräle, die wir da in der Marine haben, sind ja alles gekaufte Kinder. Ja, genau, aber das war ja nicht Sklaverei, die wurden ja vermittelt. Ah, meine Bro. Naja, Sklaverei ist ja, sie werden zu, da hatte ich das Gefühl, die wurden halt einfach verkauft, aber vermittelt. Wenn du in jungen Jahren verkauft wirst, ist es nicht weniger Sklaverei. Ja, ja. Die wurden eher verschleppt. Ja, ich glaube eher, die wurden verschleppt, also das ist ja das Ding. Am Ende sind sie ja trotzdem Teil der Marine und die arbeiten ja bei der Marine. Ich glaube, die kriegen auch Gehalt ganz normal bei der Marine. Ja, ja, aber lass die mal sagen, ich möchte nicht mehr bei der Marine arbeiten. Ja, aber ich glaube, das ist eher das Ding. Ich glaube, die sind eher indoktriniert. Ich glaube, die sind eher wie die ganzen CP-Cypher-Pol-Kinder. Potato, Potato. Ja, gut. Und dann sind die aber auch alle Sklaven. Dann sind alle Cypher-Pol-Kinder auch Sklaven. Ja, die, die halt gegen ihren Willen dahin gebracht wurden und dann gebrainwashed wurden, das ist halt schon alles. Wir wissen ja nicht, wann sie, das ist ja das Ding, wir wissen, dass sie verkauft wurden. Wir wissen nicht, waren die da Babys? Waren die da 10? Waren die da 5? In dem Alter, in dem wahrscheinlich die Family war, die halt Big Mom gefressen hatten. Ja, aber das ist halt das Ding so. Da fehlen uns die Details. Deswegen würde ich noch nicht Sklaverei sagen. Ich glaube natürlich, das ist halt alles sehr shady shit, was da passiert ist, aber ja. Menschenhandel ist halt Menschenhandel. Ja, klar. Es ist Menschenhandel, absolut. Das ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube auch da tatsächlich, das könnte mehr thematisiert werden. So, was ist da im Detail passiert? Wir haben ja nur gesehen, ah, das ist passiert, aber wie kam es überhaupt dazu, dass die da hingerichtet werden sollen und dass Mother Carmel, wie ist Mother Carmel in Connection mit den Riesen gekommen? Warum verstand die? Die durfte ja rein, eine rausgehen. Genau, die durfte das Schiebshaus da halt auch bauen. Aber warum? So, woher kommt ihr Einfluss mit den Riesen? Vielleicht waren das eben die Riesen, die nicht so kriegslüstern waren und die halt dem Blind vertraut haben, die Dumbledore-Riesen. Ja, maybe. Das ist halt das Ding. So, da sind glaube ich viele offene Fragen, die Oda schon aufgebaut hat, die man, wo wir eine Antwort kriegen. Und ich glaube tatsächlich, womit Elbath enden wird, ist halt das, was sich Big Mom gerne gewünscht hat, aber nicht bekommen hat, dass die Riesen, die Armee der Riesen sich der Strohutflotte anschließt oder ähnlich wie auf Elbath, auf Wano, dass sie sagen, ey, wir sind verbündet mit Strohut, Ruffy und seine Flagge hängt jetzt hier. Weil ich glaube, das ist nochmal, nochmal eine krassere Kriegserklärung gegen die Weltregierung. Ey, diese stärkste Armee der Welt schließt sich halt Ruffy an und ist bereit für ihn in den Kampf zu ziehen, weil er Nika ist, weil er, keine Ahnung, ihnen hilft, weil er Loki erzogen hat. Weil die Weltregierung die fucking Insel angegriffen hat. Genau, weil die Weltregierung versucht hat, mit der Motherflame die Insel zu zerstören. Irgendwas wird's ja sein. Apropos, nochmal so, vielleicht als Elbath-Frage, Tintfoil-Futter. Glaubt ihr, es gibt ein Relikt dort? Ich meine, auf Wano haben wir das antike Wano dann gefunden und es wurde gesagt, Pluton schlummert dort. Und schon vorher haben wir ja Alabaster, Fischmenscheninsel, immer wieder gab's, Skype hier, immer wieder gab's diese Szene, wo auf einmal man da so hinkommt und man ist so, ah, das hat, ah, und könnte sowas auch auf Elbath-Frage sein. Ich hoffe, Porniglüfe tatsächlich. Also doch ein Porniglüfe. Sie haben zwar nur bisher, genau, in meinem Kopf ist immer das Road Porniglüfe von Big Mom, wer hatte das originally? Weil das auf Kaido hatte das von Wano, das von der Fischmenscheninsel hat der Mannmarkt bei Flamed, das von Soho ist immer noch auf Soho, aber Big Moms, die hat das ja schon damals zu Rogers Zeiten gehabt und ich glaube nicht, dass das auf Whole Cake Island war. Also das war ja, Whole Cake Island ist ja die neue Insel gewesen, wo ja die Kinder gefressen wurden. Ist es nicht möglich, dass Big Mom das von der Fischmenscheninsel genommen hat, nachdem sie die Insel übernommen hat? Nein, das ist ja das, was, Big Mom hatte schon ihrs, als das auf der Fischmenscheninsel noch stand. Das ist ja der Grund, warum es nicht da, genau, das von der Fischmenscheninsel ist das von Man Marked by Flames. Freuen wir uns auf den nächsten Podcast, wo wir das besprechen und ich werde die gleiche Frage wieder stellen. Ja, es ist halt, ich kann schon verstehen, dass da die Verwirrung entsteht, weil halt Dinge verschoben werden irgendwie so. Die Fischmenscheninsel ist eigentlich Big Mom's Turf, deswegen assoziiert man es auch direkt so. Genau, aber sie hat es ja zu Rogers, außer das, was sie zu Rogers Zeiten hatte, hat ihr jemand gestohlen und dann hat sie, der Man Marked by Flames hat das von Big Mom gestohlen, was sie zu Rogers Zeiten hatte und dann hat sie sich das genommen, sozusagen von der, von der Fischmenscheninsel. Ja, man vergisst halt auch, wie lange die schon das haben. Ja, ja. Dass das nicht erst kürzlich passiert ist, sondern zum Teil halt eben, wie du sagst, noch zu Roger Zeiten wurde das ja unter sich aufgeteilt. Ja, und das ist ja die Frage, warum Neptun ist so lange auf der Fischmenscheninsel hielt, wahrscheinlich, weil das große Piraten-Zeitalter gestartet ist, ne, durch Rogers Tod, dass er gesagt hat, ey, wir geben das ab. Das andere ist okay, aber das Rote müssen wir loswerden. Vielleicht wurde es ihm auch genommen. Ja, oder es wurde halt gestohlen, so. Das kann natürlich auch sein. Wenn der Man Marked by Flames und so kam es für mich, sage ich immer noch, jetzt gerade, wo ich die Anime-Folge gesehen habe, wo da das thematisiert worden ist, der kommt mir schon vor, wie jemand von der Weltregierung. Wenn jemand wie Shiryu schon in der Diskussion sagt, so, ah, gut möglich, dass er von der Weltregierung unterstützt wird, dann glaube ich, dass er keinen Dumpfiff redet und da kann ich mir schon vorstellen, dass man jemanden wie die Fischmenschen halt dazu überzeugen kann, zu sagen, ja, okay, fuck it, take it. Ja. Es wird irgendjemand Einflussreiches sein müssen und jemand, der vielleicht wirklich Connection zur Weltregierung hat, aber nicht zu ihm gehört, jemand der Rocks-Piratenbande, jemand vielleicht wirklich von der Roger-Piratenbande noch. Das ist ja wieder die spannende Frage, wann ist das geschehen? Wann hat, weil dieser Man Marked by Flames, so wie ich das jetzt verstehe, trägt er ja auch maßgeblich zu dieser Power-Ballons bei. Wurde aber eigentlich nie erwähnt. Das ist die Drei-Macht plus er. Ja, weil literally, weil wenn es ihn nicht gäbe, dann wäre ja schon wahrscheinlich viel früher der Krieg um dieses Let's-Row-Piratenbande ausgebrochen. Naja, die Strohbande wäre jetzt on the way nach Laugh Tale. Genau. Weil sie hätten ja das Porneglüh schon. Wenn nicht schon Kaido oder Big Mom sich irgendwann doch gegenseitig endgültig in den Schädel eingeschlagen hätten. Weil das ist ja... Naja, let's be real. Hätten Kaido und Big Mom sich verbündet und das Porneglüh stände noch auf der Fischmenschense, dann hätten die zwei, drei der Vier-Road-Poneglieder und denen würde nur noch Zohu fehlen und Big Mom hat Minks. Das heißt, die würden da ja hinkommen und sich das auch noch... Jack ist nach Zohu gekommen. So, also... Die Logik ist ja, es wurde weggenommen, bevor wahrscheinlich Whitebeard seine Flagge über die Fischmenscheninsel hissen konnte. Das ist ja zur Zeit vom großen Pirat. Vielleicht eben als Reaktion eben darauf, dass Whitebeard den Turf genommen hat. Vielleicht hat Whitebeard das ja auch genommen und der Man Mark by Flames hat es von Whitebeard gestohlen. Also wer sagt, dass es von der... Also meine logische Konsequenz war ja auch... Ja, klar, klar. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. So, weil fucking Whitebeard ist doch klar, er hat ja seine Flagge dahingestellt, damit die Fischmenschen beschützt werden. Ist doch klar, als ob ihm Roger nicht erzählt hat, ja, es gibt vier rote Steine und damit findest du das... Ich glaube... Hatte ihn doch. Hatte ihn ja literally. Das hatte ich ihm erzählt. Zu sagen, ja gut, vielleicht nehme ich diesen Stein mit, damit eben die Insel beschützt wird. Aber ich glaube, es ist nicht gekommen. Ja, maybe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es diesen kurzen Zeit... dieses kurze Zeitfenster war. Goldshocher stirbt und wir haben so Szenen wie als Whitebeard starb, wo auf einmal alle Piraten durchdrehen und die Fischmenschen halt eben auch jetzt in dem Chaos nicht komplett weggeradet wurde, aber dass die Weltregierung als Reaktion gesagt hat, okay, fuck. Er hat jetzt Großpiratenzeitdaten ausgesprochen, bevor Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shanks, whatever, an dieses letzte Roadpoint-Glyph kommen. Zugriff jetzt. Kizaru, los mit dem Man Mark by Flames. Ihr zusammenholt das jetzt raus oder sowas, weil das so könnte ich mir logischerweise nicht. Weiß man, wann das genau jetzt genommen wurde von der Fischmenscheninsel? Nein, nein, nein. Aber so, dass Big Mom keine Möglichkeit hatte, es zu benutzen. Also vor dem Zeitspruch. Ja, genau. Gleichzeitig, wir wissen halt nicht, ob Whitebeard einen Abrieb davon hatte. Ja, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, weil es nie thematisiert wurde. Das heißt eben, auch Whitebeard hatte nicht die Gelegenheit, sich das zu holen. Das heißt, es muss eigentlich entweder kurz vor Goldroggers Tod oder kurz nach Goldroggers Tod sein. Meine Theorie wäre wirklich kurz nach dem Tod die Reaktion der Weltregierung auf das große Piratzeitalter. Okay, wir sichern uns eins der Puzzleteile, damit wir was mitzureden haben. Ja, ja, kann sein. Das ist ja eine lange Zeit eine Theorie gewesen, dass die Weltregierung das vierte Roadpunny-Glyph hat. Aber, keine Ahnung, dadurch, dass es für mich Shiryu erwähnt hat, ist es häufig so, ja, dann ist es das halt nicht, weil er es erwähnt hat. Meinst du, dass er, er lügt? Also, dass er keine Ahnung hat? Ich glaube, er hat aber keine Ahnung. Ich hätte gesagt, er hat Ahnung. Nee, glaube ich nicht, weil der war ja auch, der wurde ja sogar gefangen genommen im Impel Down. Der war jetzt, klar, wer hat einen Impel Down, aber ich glaube, der hat auch nur Gossip gehört, so von dem, worüber Leute reden, weil der wird nie, der wird, glaube ich, nie eine Audienz mit den Gorosei gehabt haben oder mit irgendeinem weiteren Hire-Up. Nee, das nicht. Ist eher so ein bisschen der Flow. Ich habe das Gefühl, gerade bei One Piece selten stellen die Leute ja Aussagen auf, die dann komplett nicht stimmen. Meistens ist ja eher dieser Hint für, denk mal darüber nach. Ja, absolut. Darüber haben wir auch schon vorher nachgedacht, alle gefühlt, bevor es, also klar war, eins fehlt, eins ist verschollen. Ja klar, die Weltregierung, die muss ja kompetent sein, aber spätestens seitdem wir immer uns über die Weltregierung lustig machen und ihre Kompetenz, weiß ich nicht, ob die dann wirklich das vierte Roadpunny-Glyph da irgendwo haben. Wenn sie es haben, cool, cool, dann kriegen sie ein paar mehr Punkte, dass sie kompetent sind, aber wenn nicht, haben wir ja auch schon reingeworfen im letzten oder vorletzten Tor, wie wird diese Jagd, wie wird die gehen? Wird es wirklich eine Jagd oder ist es so, dass der Mainmarkt bei Flamed die alle challenged, so dieses, ey, nur wenn ihr das oder whatever hinkriegt, habt ihr das verdient? Vielleicht will er das ja auch der richtigen Bande geben, damit es gefunden wird. Oder er hat es auch einfach am Ende vom letzten Chapter gesagt. Ja, dann kommt doch. Ja, dann kommt doch, genau. Ich meine, am Ende kann es sich oder auch wirklich leicht machen und sagen, ja, scheiß auf Tsunamis und schwarzes Schiff, der chillt ja jetzt auf dem Helmhap und hat das Rope-Polyglyph in einem Sack dabei. Und trägt so auf dem Rücken, ne? Ja, keine Ahnung. Kann aber natürlich auch sein, dass er da ist, aber sein Schiff nicht dabei hat und das Rope-Polyglyph nicht dabei hat. Das ist auf Autopilot und ist auch okay, weil, keine Ahnung, sein... Ja, sein Lugia trägt sein Schiff die ganze Zeit. Das erzeugt die Strudels und bewegt sie, aber das Schiff ist leer. Er ist da gar nicht drauf. Nee, also Spaß beiseite, so sehr es sich anbieten würde, die Story dadurch so ein bisschen zu raffen, dass er tatsächlich auf Elberf ist, es würde so viel einfach verkaufen von Setup, der nicht mal steinalt ist, den du nicht mal retconnen musst, weil, bro, es ist literally vielleicht letztes Jahr oder so, hast du gesagt, es gibt ihn und Tsunamis und schwarzes Schiff. 20, als der Aufbruch von Wano war. Er hat halt keine Entschuldigung, ihn nicht genau so einzuführen. Sorry. Ich glaube, da hat sich Oda echt offen gelassen, wo er das vierte hinpackt. Deswegen hat es auch erst nach Wano, da war er dann fest überzeugt, okay, da ist es. Ich glaube, aber er hat auch eine konkrete Vorstellung davon, sonst hätte er das nicht so beschrieben. Ich glaube, er weiß schon ganz genau, Ja, jetzt hat er es beschrieben, aber er hat die ganze Zeit gesagt, es ist nur verschollen. Es ist verschollen, es ist verschollen. Das heißt, bis Ende von Wano hat er sich ja offen gelassen, was er damit machen kann, weil da wurde nie ein Man Marked by Flames oder der vierte in der Dreimacht erwähnt. Das gab es halt nicht. So, daher, ich glaube schon, dass Oda da sich viel überlegt hat. Ey, ja, okay, was passiert, wenn ich es der Weltregierung gebe? Was für Plotpoints können dadurch entstehen? Was passiert, wenn ich es dem Charakter gebe? Was entsteht dadurch? Was, wenn es vielleicht doch Whitebeard Marco-mäßig? Was, wenn die es haben? Was passiert dann? So, und ich glaube, Man Marked by Flames ist die beste Antwort, die er hatte, die er für sich hatte, für, weil zum Beispiel das mit der Weltregierung erschafft ja das Problem, ja, fuck, wir müssen die vor Love Tale besiegen, finden, whatever. Und ich glaube, Ruffy wird König der Piraten und ich glaube, dann erst wird der finale Krieg auf Mary Joa stattfinden. Er als König der Piraten, der alle Piraten versammelt. Das, was vielleicht Joy Boy damals auch getan hat. Eigentlich muss doch dieser Man Marked by Flames, Mann, der muss doch so Rayleigh-Niveau sein. Ja, der muss doch, der muss so eine alte Legende halt sein, so einfach dieses so L-Eingang. Er muss stark sein, er muss stark sein. Aber ich weiß nicht, ob gegen den gekämpft wird. Ich weiß nicht, ob es ein Kämpf ist. Nee, aber er muss einfach Eier auf den Tisch legen können. Genau, er muss halt so ein Kaki haben, bei dem über sieben, ein Kaki, genau, so über 500 Meter, wo du das spürst, so sein Königshaki. Ach so, dann N. Ja, ja. Ach, keine Ahnung. Irgendwie, ich bin gespannt bei diesem Charakter. Ich glaube, Elbath tatsächlich wird uns viel, ja, auch Lore einfach liefern. Nicht die, die wir unbedingt haben wollen, vielleicht, aber ich glaube, wir werden viel über die Welt von One Piece lernen, über die Welt, wie sie vielleicht vorher war, vielleicht sogar, wie sich Elbath gegen die Flut damals geschützt hat. So als das, weil ich gehe davon aus, dass die Riesen, die haben im verlorenen Jahrhundert existiert. Ich glaube, die waren damals nicht mit der Weltregion, die waren vielleicht sogar nicht mit Joyboy verbündet, vielleicht, aber auch doch so. Ich glaube, da werden wir einfach mehr an Lore einfach kriegen. Ja, die haben sich halt gesagt, äh, ey, ich habe hier einen Bohnensamen, lass die mal pflanzen und verwässern. Und dann ist die Insel der Riesen im Himmel irgendwann. Aber glaubt ihr, Elbath eher 40 Chapter oder eher 80 Chapter? 60. Ja, bro. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe gar keine Ahnung. Wie lange ging, ähm, äh, Skype hier? Skype hier ging, glaube ich, fast 60. Ja, guck, dann glaube ich 60, können hin und. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich überfordert mit dieser Frage, weil wir leider noch nicht auf der Insel sind und Elkett ein kompletter Reinfall war von der Prediction her, wie lange das wird. Also, ich glaube, es kann 30 sein, es könnte 50 sein, es könnte 80 sein, je nachdem, wenn wir wissen, wer die Antagonisten sind. Weil ohne Konflikt und Probleme kann es ein Sohu werden. Und wir sind in 20 Chaptern wieder weg. Genau das ist nämlich eine der Varianten, die ich auch im Kopf habe. entweder wir kriegen halt wirklich Elbuff als Ark mit Elbuff als Protagonist und Elbuff als aktiver Schauplatz, der seine eigenen Bedingungen und seine eigene Geschichte mitbringt. So Skype hier halt, so für sich geschlossen. Genau, also eher so das 60, wahrscheinlich eher 70, 80 Chapter Ding, weil die Arks sind ja jetzt mittlerweile auch wieder länger. Alternative ist nämlich genau das, was du sagst. Elbuff als Schauplatz für eigentlich was ganz anderes, was theoretisch auch auf 10 anderen Inseln hätte passieren können, aber jetzt mal auf Elbuff passiert. Nämlich dann eher, das ist in meinem Kopf dann eher der Plot von oh nein, die Weltregierung greift wieder an, oh nein, die Motherflame, oh nein, wir können hier auch gar nicht ewig bleiben, weil sonst schießen die auf die Inseln. Also fahren wir woanders hin. Ja, die Sache ist, oder hatte ja die Debatte mit, oh ja, war es jetzt, als er die Augen-OP hatte oder irgendwo hat er doch auch eine Message gehabt, wo es darum ging, aha, ich habe auch schon überlegt, diese Insel nicht zu zeichnen, aber die Schuhute wollen da unbedingt hin, deswegen muss ich sie zeichnen, was ja schon für mich so klang. Er hat eigentlich keinen richtigen Plot für die Insel. ich glaube schon, er hat richtig Bock auf die Insel, aber wir sind gerade im Endgame, Endgame und er ist halt so, ja fuck ey, ich will es jetzt nicht noch mehr in die Länge ziehen, weil, guck mal, am Ende nächsten Jahres sind wir bei das Part 2 fast so lang ist wie Part 1 von One Piece und wir sind nicht im Ende, so 597 war ja Part 1 und wir sind jetzt bei 1125. Wir sind nah beim Ende. Ja, aber ich sag's ja, Part 2 wird halt länger als Part 1 von One Piece, also ich glaube tatsächlich, One Piece wird länger als 1200 Kapitel. Oder hat sich schon eine Position begeben, wo theoretisch könnt ihr ja zu jedem Zeitpunkt sagen, ohne dass wir es merken, okay, ab jetzt noch so 60 Chapters. In der One Piece Welt ist das Ende wahrscheinlich zwei Wochen weg oder so. aber ich sag's dir immer wieder, Elbaf, die Reise nach Lovetail, das war's auf Lovetail, whatever, dann hast du diese ganze Flashback vom verlorenen Jahrhundert, was safe länger als Odens Flashback wird und der gegenüber 15 Chapters. So, das heißt, das wird ja mindestens 20 sein, wenn du fucking 100 Jahre irgendwie thematierst. Dann hast du, okay, Blackbeard muss noch reingesprinkelt und Shanks müssen reingesprinkelt. Dann hast du den finalen Krieg und dann hast du noch einen Epilog. Das ist in Odas Tempo, egal wie das Pacing auf Eckert war, nicht innerhalb von jetzt bis 1200 machbar. Sorry, glaube ich. Also schon, aber dann rushst du halt alles. Es kommt halt dem drauf an, wie viel Loose Ends soll tatsächlich haben. Und das ist halt, würden wir jetzt nicht auf Elbaf gehen, hätte ich gesagt, ja, wäre möglich. Wenn es jetzt nach Lovetail gehen würde, dann hätte ich gesagt, ja, das wäre möglich. Aber jetzt, wenn Elbaf noch dazwischen kommt das Interessante, habt ihr nicht auch das Gefühl, genau das würde er eigentlich lieber tun? Ja, habe ich. Jo, ich glaube, Oda will fertig werden. Also ich kann es ihm nicht verübeln, dass der Mann endlich fertig werden möchte. Elbaf ist so ein bisschen why? Also ich glaube, der fragt sich selber. Ich glaube, weil er das Versprechen damals gegeben hat. Aber es ist so ein bisschen Warno, konkreter Plan, warum das da gerade passieren muss. Aber Elbaf so ein bisschen könnte auch nicht nach Elbaf. Ich hoffe, es wird einfach, wie gesagt, dass Oda für sich mittlerweile herauskristallisiert hat, warum er da hin will und was er uns erzählen möchte. Ich kann es aus einer privaten Perspektive natürlich verstehen, dass Oda sich Sachen auch jetzt skippen will, weil man, der wird jetzt auch dieses Ende des, oder Anfang nächsten Jahres wird der 50. So, der ist jetzt auch seit, der ist im 28. Jahr seiner Publication hier. So, der Mann hat seit, hey, ich habe jetzt das zweite Artbook, da stand halt drin, One Piece hatte im Jahr 2005 schon 100 Millionen Bände im Umlauf. Das war im 8. Jahr der Publication. So, da haben sie in Shibuya so eine Marketingaktion gemacht. So, Mann, der Mann hat schon die ersten Jahre nach One Piece ausgesorgt gehabt. So, das ist halt so, ich kann schon verstehen, dass jetzt die Urgency da ist. Hey, komm, ich will es jetzt endlich hinkriegen. Aber gleichzeitig er halt auch, ich glaube, dieses Commitment hat von, nee, Mann, ich habe den Leuten versprochen, dass wir da hingehen und dass es da Sachen geben wird und ich will am Ende nicht dafür belangt werden, dass ich das da nicht gemacht habe. So, ich glaube schon, dass da immer Oda noch an seine Legacy denkt und sich sagt, nee, Mann, Elba, 25 Jahre warten Leute drauf. Wenn es jetzt nicht kommt, werde ich so enttäuscht sein wie bei Naruto, als die sieben Schwertkämpfer nicht gezeigt haben. Das ist halt das One Piece DLC dann irgendwann. Ja. Kommt dann auf nach Elba. Ja, und ich glaube, das ist dieser Gedanke bei Oda. Das kann man, dieser Mann hat so ein Commitment seiner Audience gegenüber, das unterschätzt man. Ich glaube, deswegen wird Elba kommen und was es am Ende sein wird. Deswegen wird Elba auch gut. Ja, ich glaube, der wird da schon die Dots irgendwie verbinden zum großen Ganzen. Das glaube ich schon. Absolut. Ich glaube aber auch da, ob es jetzt ein Soho wird, wie wir auch bei Eckhead gesagt haben oder ob es ein Riesenark wird, hängt von den antagonistischen Kräften ab, von dem, was da ein Problem sein wird und was für ein Konflikt die Strohhutbande lösen wird. Wenn er jetzt wirklich, let's be real, Skypie hatte mit Enel, einen krassen Antagonisten, der wollte diese ganze Insel vernichten einfach, zu einer Zeit, wo wir solche Stakes halt nicht hatten. Crocodile wollte König werden, so okay, der wollte halt eine Regierung stürzen, aber alter, Enel war mit dieser Donnerkugel bereit, komplett Skypie wie Birka zu vernichten, so und das wurde ja aufgehalten. Das sind schon gewaltige Stakes gewesen und jetzt auf Elba, Mann, ich sage es immer wieder, Ruffy ist zu stark oder die Strohhutbande ist gerade zu stark, plus dann noch die Riesen, plus dann noch andere Verbündete, die sie da treffen werden. So, wie kannst du real eine Gefahr für diese Bande aufbauen und die Motherflame ist gefühlt gerade das Einzige für mich, wo ich sagen würde, ja, das irgendwie aufzuhalten oder jetzt wirklich ein All-Out-Kampf gegen irgendwie einen Shanks oder Blackbeard wäre halt was, aber das werden wir safe, glaube ich, nicht auf Elbuff kriegen. Genau, deshalb glaube ich halt, ja, das Plausibelste und vielleicht natürlich auch das, was ich mir am ehesten wünsche, wäre halt ein nicht so ewig langer Arc, wo vor allen Dingen viel Lore gedumpt wird, so ein So-Ding, du kriegst irgendwie dein 30 Chapter und es geht eigentlich jedes Chapter nur darum, was da vielleicht vorher kurz passiert ist, was vielleicht kurz nachher passieren wird und warum es gerade mega wichtig ist, hier zu sein, weil nämlich das sich dort befindet und wir müssen auch das lesen und wir müssen auch mit dem reden und oh nein, die Weltregierung will ja auch hin, weil, okay, da müssen wir also schnell weg und das und das tun, all right, let's go. so lassen wir noch Bonnie und Liveth da und haben wieder die Ströte. So, weil das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Also ich meine, wir haben gerade drei, in Anführungszeichen, blinde Passagiere auf der Crew im Sinne von Nicht-Crew-Mitglieder, wo ja, klar, die Leute sind, ich finde das immer so spannend, weil Leute sind immer so, ich weiß gar nicht, wann sie sich denken, jetzt habe ich genug, weil die laufen immer wie Ruffy auf der Thriller Bark durch die Gegend, zeigen auf jeden dummen mutierten Baum und sagen, willst du meiner Crew beitreten? und so ist es auch hier, nur weil die drei auf dem Schiff sind, ist es direkt so, oh ja, und Bonnie wird der Crew beitreten und Lilith wird der Crew beitreten und Kuma wird auch noch die Gallionsfigur und du bist so, Mann, Alter, so what the fuck, aber glaubt ihr, auf Elbaf werden diese Charaktere geparkt oder kommen die über Elbaf hinaus immer noch mit? Die werden geparkt. Ich glaube, die werden da bleiben. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen vielleicht was über die Buccaneers mit, vielleicht auch über Bartolomeos Bear. Ich glaube, Bear ist halt da auch einfach sicher, Ja, genau. Ich glaube aber, die werden auf jeden Fall geparkt. Das ist halt so dieses typische, wir geben euch jetzt ab. Wir haben euch gerettet. Lilith wird sich da irgendwie ihr eigenes kleines Labor aufbauen. Die ist halt dann da genauso geschützt und kann halt Dinge machen, die die Weltregierung nicht gerne sehen würde. Vielleicht leben ja sogar, boah, das wäre klar, ein bisschen makaber, vielleicht aber auch InfoSuite, in dem alten Schiebshaus leben dann Bear und Bonnie einfach dann zusammen. Vielleicht kriegt Bear ja, das haben wir auch jetzt, okay, er ist nicht tot, und vielleicht kriegt er doch irgendwie sein Bewusstsein nochmal wieder. Also dieses von, die Seele ist da noch irgendwo und ich hoffe, es entsteht. Eine neue Teufelsfrucht entsteht. Ja, die Kuma-Kumanomie. Ja, vielleicht irgendwo kann er sich mit Punk-Records am Ende connecten und seine Erinnerungen werden da wieder hochgeladen. Also das ist halt so, ich würde es mir wünschen, jetzt wo er nicht tot ist, weil wenn er nicht tot ist, ist seine Story für mich noch nicht vorbei. So, dann kann Oda da immer noch was machen und ich dachte ja wirklich... Pell-Story ist für dich auch noch nicht vorbei. Ja, Pell ist, Pell ist, über den müssen wir nicht reden. Aber der hat ja auch gar keinen Charakter-Arc gehabt. Der war ja wirklich einfach nur, okay, ich opfer mich. Im Endeffekt war er ein Transportmittel für Ruffy. Er war eigentlich einfach nur sein Flug-Pokémon, der Ruffy von A nach B. Ich glaube, bei Kuma ist es jetzt gerade auch sehr stark, dass, ah, ich mag den Charakter zu sehr, um ihn zu töten. Ja. Das passiert da gerade, weil wenn er gestorben wäre, wäre das das konsequentere gewesen. wenn George R. R. Martin dann wäre er tot. Dadurch, dass Oda ist es so, boah, der ist mir... Also der Charakter ist ja so gut, dass... Da sind noch zwei Figuren drin. Ich sag's euch. Da sind mindestens noch zwei große Plot-Twists drin, die Oda sellen kann für zwei Chapter. Daher, ja, keine Ahnung. Aber guter Punkt auf jeden Fall mit den Charaktern, weil die hatte ich jetzt so total vercheckt. Aber ja, die werden natürlich auch noch mit am Start sein. Aber vielleicht wird sogar, dass die, dass irgendwie Lilith eine Methode findet, wie sie irgendwie die Erinnerung so langsam nach und nach zurückholen können. Aber das dauert halt und deshalb müssen die da in Ruhe das auf Elbe aufmachen. Ja, safe. Ja, vielleicht dieses, ich werde daran forschen, dass er die wiederbekommt. Ja, genau. Sodass das so offengelassen wird. Und wir haben es noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast, aber ich glaube, wir werden sehr viele Referenzen zu Vicky und die starken Männer bekommen. Ich glaube, das wird oder, ich glaube, das hat... Vielleicht wird sogar ein Charakter Vicky heißen. maybe. Oder es ist dieses Kind, was Shanks da, wo es gesagt hat, ey, nimm mich mit und Shanks, und ey, nee, ich kann dich nicht mitnehmen, weil das war ja auch, sah ja schon so ein bisschen aus wie Vicky. Ob da der, vielleicht wird das ist der Prinzessinnen-Type-Character, den Ruffy als erstes da trifft, halt dieses, ja, Ruffy und Vicky, die aufeinander treffen, so die Inspo für die, für das Werk, für generell, so komplett One Piece einfach. Sprich der Nasereibe-Move, der muss kommen. Safe. So was, ne, so ein Gimmick. Vielleicht auch der Antagonist, der an den Bösewicht aus Vicky und die starken Männer inspiriert ist. Wie hieß der denn? Boah, gute Frage. Das weiß ich nicht. Einer hieß doch Snorre, und der andere hieß, keine Ahnung, danach sind doch Olmo und Kashi inspiriert, von diese zwei, mit dem blauen und dem roten Helm, so, aber sonst, keine Ahnung. Was ich noch glaube, ich glaube, das wird zum Zeitpunkt von diesem Sonnenfest, oder Mondfest, war es Sonnen- oder Mondfest? das haben sie noch, ne? Das wird, genau zu dem Zeitpunkt wird die Strohhund-Bande da sein, und entweder wird daraus dann irgendwie der Countdown des Arcs gebaut, oder das wird halt dann die große Party am Ende sein, dass sie da halt dieses Sonnenfest halt feiern. Auf jeden Fall wird das, ich glaube, das war im Dezember, wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall da werden die da sein. Und Ruffy wird sich zurückhalten. Ja, genau, der wird keine Semmler essen, und ich glaube, dieses Party-Panel hat Ola schon seit Jahren für sich konzipiert gehabt, mit den Riesen, so dieses Auf-El-Buff. Das wird dann so das Party-Chapter da halt, wie das, was wir jetzt nicht hatten im Eckert-Arc. Ja, wir haben ein Panel gesehen. Wir haben ein Panel, aber nicht ein Chapter, wo es komplett darum geht, ne? Ja, es wurde ja... Fischmenschen-Insel war schon juicy, Alter, auf der Party wäre ich auch gern gewesen. Das Chapter nach Eckert war ja eher so ein bisschen von, warum feiern die? Können wir wirklich feiern? Ne, ne, wir können eigentlich nicht feiern. Da hinten liegt ein Toter. Ah, okay, wir können doch feiern. Ja, okay, dann feiern wir wieder. Oh, stimmt. Das ist natürlich auch noch eine Sache. Also, die, irgendwie das Begräbnis von Vegapunk. Vom Originalkörper. Vielleicht kriegt er das Darth Vader. Wobei, der ist doch auch so halb gecyborgt oder nicht. Ja. Ersatzteile, Bro. Weiß ich nicht, ob Vegapunk, Vegapunk selbst ist ja immer noch menschlich. Aber ganz ehrlich, Pedro hat doch auch nur so... Ja, menschlich ist er, aber ich meine, Kuma ist auch menschlich. Ja. Ja gut, der wurde ja umgebaut. Der hat ja Cyborg. Oder er wird halt wirklich der Bitbeast, der im Laptop irgendwie haust. Ich sag's immer wieder, der wird da wirklich, wir werden, wir haben OG Vegapunk in der Gegenwart nicht zum letzten Mal gesehen. Ich glaube, der wird, zurückkehren. So dieses, hallo, klopf, klopf, hört ihr mich? Ja, ja. Und dann klopft er auf so einem Bildschirm. Also der auf Frankys Bauch in dem Unwenzel ist. Ja, genau. Oder so ein Teletubbie, ne? Ja. Ja, ja, aber auch das wird sich ohne auch nicht leben lassen, so eine Szene. Ja, also keine Ahnung, so der G-Nei. Der kommt dann auf einmal, ist die Verbindung scheiße und dann ist er wieder weg. Diggi-Ritter. Diggi-Weißes. Piraten-Ritter, ihr müsst. I-Mu-Bä. So dann. Dass Frankie das auch noch nicht rausgehauen hat, ne? Dass die alle mal irgendwie so Transpitter bekommen mit so kleinen Bildschirmchen und sowas. Ja, stimmt. Weil es gibt nur Teleschnecken. Teleschnecken machen das alles. Bro, du hast Nippel-Lichter, dann mach auch Nippel-Projektoren, dass du da irgendwie, keine Ahnung, Family Guy laufen lassen kannst, während ihr da... Ja, gut. Das feiert. Eigentlich voll gut. Ach ja. Aber ey Leute, ich will jetzt nicht noch in die Lehre, wir sind bei fast schon zwei Stunden. Ich glaube, der Eckert-Rückblick wird es hier heute nicht mehr schaffen, weil ich gleich auf Verabrede bin. Deswegen... Ja, ich kriege auch so langsam Hunger, muss ich sagen. Ja, langer Talk. Wir haben sehr viel bequatscht. Schreibt uns gerne eure Predictions auch rein, weil das sind eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob wir für Eckert... Ich glaube, wir haben uns damals bei der finalen Saga gewünscht, was so alles passiert, aber wir haben keinen Eckert-Vorausblick gemacht. Weil wir nicht wussten, dass Eckert wird. Genau, weil es nicht Eckert... Und ich glaube, es ist diese Folge sich schön mal anzuhören, ähnlich zu den Vorausblicken, die wir in den Jahren immer raushauen, dass man... Da haben wir, glaube ich, auch gesagt, dass es das Jahr noch nach Airbuff geht, aber wahrscheinlich erst zum Ende hin. Und ja, da geht es jetzt tatsächlich endlich mal hin. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gehypt. Ich glaube, wir müssen es ja auch, Eckert, auch nicht Revue passieren lassen. Ihr habt es doch alle jetzt erst neulich gelesen. Zum Abschluss vielleicht jeder noch einen so richtigen Hot-Take zu Airbuff. Ja, Kid besiegt Ruffy. Kid besiegt Ruffy. Also richtig Hot-Take so. Ja, ich sage Uruschk taucht auf. Ja. Das ist ein Hot-Take. Gibt keine Anhaltszeichen für. Anhaltszeichen für. Ja. Das Hype. Bei dir, Victor. Bei mir wäre der Hot-Take, dass es einfach kein Skyland gibt. Ja, das wäre krass. Ja. Das wäre krass. Das ist einfach nicht so. Das sind einfach Wolken, die wir da immer gesehen haben. Normale, normale Wolken. Sieht halt einfach krass aus. Genau. Ja. Maybe. Kann alles sein. Schreibt, wie gesagt, gerne euren Input einmal rein. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht haben wir auch Punkte vergessen. aber ich glaube, wir haben viel, was so im Internet kursiert wird. Was da spekuliert wird. Irgendwie mit eingebracht. Aber man kann ja immer wieder mal was verchecken. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns next week wieder zu Chapter 1125. Und dann auch dem Anfang von Elberf. Und direkt die Hälfte von allem, was wir hier gesagt haben, wieder widerlegt wird. Ich glaube tatsächlich, nächstes Chapter bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wir sind noch auf der See. Ich glaube, es kann sein, dass sie am Ende die Insel sehen, dass es damit anfängt, oh, wie lange dauert es noch? Dann passiert viel around the world. Und dann nochmal, ah, wir haben die Insel. Ja, kann halt echt sein, dass sie jetzt erst mal, das war doch bei Kit auch, dass er so gegen die Riesenfische und sowas. Ja, genau. Oder dass halt erst mal die Gewässer vor Elber. Das ist ja sowieso, das macht der Roder immer gerne, wenn wir auf der See unterwegs sind, irgendwelche Seeungeheuer zu zeigen, wie irgendwelche Affendelfine und keine Ahnung, die Koi-Fische, die riesigen und so. Also dazu sei aber gesagt, wir sind ja schon auf El, auf Eckert sind wir ja schon quasi durch einen Monsun reingekommen. Ja, ja. Also wäre es hier vielleicht doch mal ganz schön, wenn man einfach mal anlegen könnte. Ja, maybe. Und nicht direkt wieder von einem Tsunami reingespielt. Genau das halt. Wir sind ja auf dem Schiff der Riesen unterwegs. Vielleicht ist das alles einfach nur ein Witz für Riesen. So, ah, guck mal, da ist wieder so ein Riesenfisch und dann wird der so einfach mitgehauen. Ja, dann sollte man die Sunny vielleicht wirklich auch mal aufs Schiff holen, weil wenn das so angetaut, da so nebenher schippert, dann ist das ja quasi wie so ein Angelköder. Ja, eigentlich musst du auch nur ein Riese kurz hingreifen und die hochklappen, oder? Ja, ja, ja. Weil so das treibst du hinterher, da muss ja nur so ein großer Fischglopp so einmal ankommen. Ja, ich sag's dir, das wäre halt die perfekte, das ist so eine Achterbahnfahrt, die wahrscheinlich Ruffy fahren will, während das, wenn die runterfahren vom Wasserfall, dass die vorausgehen und dass die Thousand Sunny im Background zu sehen ist, wo du dann wahrscheinlich ständig halt hüpfst. Das Riesenschiff geht dann so flach runter und du hast dann da halt schön so Bounce. Aber ja, ich glaube, das wird Ruffy auf jeden Fall vielleicht in dieser Timeline nicht mehr zu sehen bekommen, außer er kehrt nach Warno zurück. Aber ja, ey, hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange reden. Ich dachte, das wäre so, ja, 90 Minuten, aber wir sind bei fast zwei Stunden angekommen. Wurde ist ja auch mit ungefähr 26 Minuten Stuss am Anfang. Ja, klar, aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch den Eckert-Voraustalk gehabt. Das hätte man statt dem Stuss haben können. Ja, ja. Ach, ihr liebt doch unseren Stuss. Ja, jeder liebt Stuss. der Off-Topic-Talk immer. Ihr wart nicht bei dem halbstündigen Off-Topic-Talk über Yu-Gi-Oh! vor dem Podcast hier am Start. Vor Stuss kam nämlich noch Dummfug. Ja, genau, sehr viel Talk über Yu-Gi-Oh! Games und was so die besten Handheld-GWA und NDS-Games waren für Yu-Gi-Oh! Ja, aber der Konsens ist ja anscheinend einfach alle GWA-Spiele, wenn sie nicht so eine scheiß Mechanik hätten. Bis auf Worldwide Edition 2015. Richtig. So, genau. Ja. Ja, Leute, ich glaube, wenn ich dich schon angedeutet habe, man kann langsam nicht mal den Sack zu machen. Nächste Woche dann mit einem neuen Chapter und ja, ich will hier gar nicht die Abmoderation abnehmen. Ich wollte sie nur ein bisschen streamlinen. Ich überlasse die mir über die letzten Worte. Ja, alles gut. Ich habe eigentlich alles gesagt. Video-Podcast, sorry, Video-Podcast heute nicht, aber wir arbeiten dran. Plan ist Ende September Video-Podcast. Dafür wird es hier vielleicht ein paar Umbauten in unserem Kellerraum geben. Das kann man ja schon mal antisen. In den heiligen Hallen. In den heiligen Hallen, die dann auch Podcast, Video-Podcast-worthy sind, dass es gut aussieht und die Qualität des Tons gewährleistet ist. Und ich glaube, dann, ja. Ganz kurz, mit was ihr beim Umbau auch aktiv helfen könnt, das ist mit einer Fünf-Sterne-Bewertung aus Spotify, weil davon schraubt es sich direkt schneller. Hey, 1800 Bewertungen, wir wollen 2000, über 2000 bitte. Das wäre nett. Und bitte auf 5K wiederkommen, nicht hier 4,9. Was soll das denn? Das geht ja auch gar nicht. Ja, was ist denn das? Das ist so richtig freudig. Und auch trotzdem gerne immer auch auf den noch traditionellen. Aber das macht es glaubwürdiger. Ja, das macht es glaubwürdiger. Es ist kein Bot-Account. Ja, mit 4,9 sind wir einfach nicht mehr der beste One-Piece-Podcast. Sorry, das ist so. Aber auch auf YouTube natürlich die ganz traditionellen Plattformen, wo ihr uns damals entdeckt habt, wo ihr uns damals entdeckt habt, wahrscheinlich die meisten von euch, die schon älteres Kaliber sind. Auch bitte liken und gerne auch kommentieren und vor allen Dingen auch abonnieren, damit ihr uns auch nächste Woche wiederfindet, denn ihr müsst uns alle sieben Tage spätestens wiederfinden. Selten kommt kein Podcast raus. Ja, Mann. Hey, wir sind auch schon dieses Jahr bei über 30 Folgen einfach schon. Das ist schon crazy. Und wir bewegen uns zu 400 zu. Im nächsten Jahr, um diese Zeit, haben wir 400 Podcast-Folgen. Und dann ist der Podcast gefühlt auf Kämpfe auf Ines Lobby, wenn man es in Chaptern rechnen würde. Und ey, unser Podcast geht länger als Jujutsu Kaisen. Ja, das ist so. Das haben wir diese Woche erfahren, weil der Manga geht ja jetzt mit vier Chaptern in vier Chaptern zu Ende. Und der fing an, als wir unsere zweite Podcast-Folge hatten, nämlich als Raffi Katakuri besiegt hat. Und ja, wir gehen länger. Das hast du da, Gigi Akutami. Es war wirklich das Jujutsu unserer Kaisens. Ja, genau. Daher, auf jeden Fall, wir fangen auch an, die erste Manga-Ära zu beenden von irgendwelchen Leuten, die da, ja, so fühlt sich Oda also, wenn dann immer Leute anfangen und wieder aufhören. Daher. Aber ey, Leute, ich würde sagen, haut rein, Jujutsuht euren Kaisen nicht zu viel. Und, in dem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.